Hallo und herzlich willkommen zu Frischgemischt Folge 54. Das Jahr nähert sich so langsam im Ende und deshalb wollen wir das Ganze auch nochmal gebührend feiern. Wir haben zum Jahresabschluss wieder unsere preisgekrönte Power 9 Awards Folge für euch vorbereitet und ich glaube, die wird richtig fett. Habt ihr Bock? Boah, sowas von Bock drauf. Das ist ja schon irgendwie meine Lieblingsepisode jedes Jahr. Ich meine, wir haben es jetzt auch noch nicht super oft gemacht, aber bisher immer meine Lieblingsepisode gewesen. Ja, ich freue mich einfach drauf. Leute, morgen ist Weihnachten, also besser geht es auch gar nicht. Richtig geil. Christian, wie sieht es aus? Ja, das ist immer schön. Wir können vorher diskutieren, wie das jetzt laufen wird. Wir haben neun Kategorien für euch und Spoiler, wir haben diesmal wirklich neun Kategorien für euch. Ich wollte gerade sagen, diesmal haben wir uns nicht verzählt. Wir stellen euch drei Vorschläge vor. Hier und da gibt es vielleicht noch einen Honorable Mention und dann unterhalten wir uns kurz drüber und sagen euch, was unser Gewinner in dieser Kategorie ist. Ihr könnt gerne miträtseln. Ihr könnt auch gerne Gegenvorschläge machen in den Kategorien. Ab in die Kommentare damit. Alle nötigen Links findet ihr wie immer in den Shownotes. Und dann würde ich sagen, wir legen direkt mit der ersten Kategorie los. Das ist das Basic Land des Jahres. Ja, es ist kein neues Basic Land. Wenn wir dazukommen, wir meinen natürlich optisch in dem Fall. Was? Ich dachte, das pinke Basic Land ist jetzt auch mit dabei. No. Noch nicht, noch nicht, noch nicht. Unsere drei Vorschläge für dieses Jahr sind die Jurassic World Flip-Länder. Ja, sehr frisch jetzt gerade erst dazugekommen. Dann aus Commander Masters die Retro Frame Basics für die Boomer unter uns. Und die All Will Be One Oil Slick-Länder. Die haben ja diesen Foil-Effekt. Die gab es, glaube ich, nur in den Bundles, wenn ich mich richtig entsinne. Oder in den Collector-Boostern. Insofern mal wirklich ein Querschnitt durch Kategorien. Durch Basics. Genau, Honorable Mentions haben wir ja auch noch stehen. Das sind die Herr der Ringe Maplands. Die haben es nicht ganz in die Top 3 geschafft, weil die auch sehr polarisierend sind, sage ich mal. Ja, ich wollte die auf jeden Fall aber zumindest erwähnt haben. Also sind meine persönlichen Favorites des Jahres, weil die einfach so anders sind als normales Landdesign, sage ich mal. Normalerweise wird immer eine Landschaft abgebildet. Und jetzt hat man quasi die Projektion auf eine Map, auf eine Landkarte. Und ich finde, das passt einfach hervorragend. Jeder, der irgendwie so ein bisschen Pen & Paper spielt und auch mal so in alten DSA-Büchern so Landkarten durchgeht, wie man besonders gut von Undergast nach Nostria kommt oder was auch immer, der mag sowas. Deshalb wollte ich die auf jeden Fall dabei haben. Aber schöne Auswahl. Ja, ich persönlich habe da schon... Also ich meine, wir haben da ja drüber geredet. Ich persönlich finde diese... Wenn wir jetzt nochmal so... Bevor wir den Gewinnerpreis geben, würde ich sagen, diese All-Will-We-One-Ois-Lick-Lands sind mir persönlich ein bisschen zu dunkel. Und so... Also diese haben schon sehr wenig nur noch mit Ländern zu tun. Man kann in der Mitte halt das Symbol gut erkennen. Okay, ja gut, da weiß man halt, welche Mana-Farbe es produziert. Aber ansonsten ist da relativ wenig, was mit Magic zu tun hat. Die Flipländer finde ich ganz cool von der Idee her. Da hatte ich selber gar keine Ahnung von. Da hat Dustin mich noch aufgeklärt, was das bedeutet. Du hattest mir noch erklärt, dass die sozusagen zwei verschiedene Stages des Parks oder so... Ich weiß gar nicht genau, wie das ist. Willst du nochmal kurz sagen, wie das funktioniert? Ich glaube, das variiert von Land zu Land. Aber ganz oft sieht man halt quasi den Park noch, wie er so gedacht war oder geplant war. Und auf der Rückseite sind dann die Dinos ausgebrochen. Ich glaube, das passt aber nicht bei jedem Land. Ich glaube, auf der Insel sind zum Beispiel einfach zwei Dinos. Aber einfach, dass es das auch gibt. Ich habe tatsächlich das erste Booster-Paket aufgemacht. Damals hatte so ein Jurassic Park Land in einem Unboxing. Ich bin einfach weitergegangen. Irgendwann habe ich dann in der Kommentarsektion gelesen, Chevi, ich glaube, du kannst die Länder auch mal umdrehen. Und ich so, ach so. Eventuell hatte ich das dann auch vergessen. Ich meine, wir reden ja hier auch sehr oft über ganz viele News. Irgendwann vergessen, die Länder umzudrehen. Fand ich richtig geil. Also mal eine super coole Idee. Aber ja, die waren gut, schon. Du kannst übrigens auch den Command Tower von den Jurassic World Ländern umdrehen. Also nicht nur die Basics kann man umdrehen. Der Command Tower hat auch eine vorderende Rückseite. Völlig ungewöhnlicherweise. Und jetzt mal hier kurz Regelfrage. Als welche, als was für eine Karte wird das dann sozusagen klassifiziert? Ist das dann eine Model-Double-Faced-Karte? Nein, Quatsch. Also wahrscheinlich ist es einfach, wird wahrscheinlich so gehandhabt wie Shatterskye Smashing oder so. Ich ziehe die Karte und kann mir dann aussuchen, welche Seite ich hinlege. Ja, genau. Du darfst dann aussuchen, welche besser ist, genau. Ja, und die kann Commander Masters Retro Basics. Ich meine, wir spielen alle schon was länger Basic. Ja, wir spielen alle schon ein bisschen länger Magic. Und wir haben so ein bisschen schon auch so ein, wir sind auch schon so ein bisschen hingezogen zu älteren Designs. Also ich persönlich von den Ländern, die wir jetzt ausgesucht haben, neben den Herr der Ringe Maplands, muss ich sagen, fand ich die Commander Masters Retro Basics schon ziemlich nice. Also diese, der alte Frame, diese alte Seitenkarten, das hat so ein bisschen, das erzeugt halt einfach so eine gewisse Nostalgie. Ich hatte das, ich hatte das tatsächlich gestern noch, ich habe gestern gestreamt, noch ein bisschen Karns of Taki gestreamt. Und da ist es auch so, wenn ich Karns of Taki spiele, kann ich mich so an die Zeit erinnern, wo ich noch nicht so lange Magic gespielt habe. So zwei, drei, da ist noch so ein bisschen Zauber dabei. Da hat es noch irgendwie so richtig Spaß gemacht, Booster aufzumachen, mal einen Planeswalker oder eine Mythic rauszuziehen. Das war ein ganz anderes Gefühl, als wie ich jetzt mit Magic umgehe. Und das hat so ein bisschen das Erzeugen, diese Retro Basics in mir auch irgendwie. Tatsächlich auch nicht die einzigen Retro Basics aus dem letzten Jahr. Wir hatten auch Dominaria Remastered Anfang des Jahres, das hat auch Retro Basics gehabt. Sogar mit den alten Mark Pooley Artworks, ja. Insofern hatten wir da sogar Auswahl. Die waren nämlich auch richtig nice. Generell, ja, Retro Basics bin ich halt auch immer persönlich sehr großer Fan von. Also ich würde auch, glaube ich, sagen, das sind so mit meine Favoriten. Wobei die Jurassic World Flipländer haben mir persönlich jetzt in diesem Jahr von der Idee einfach am besten gefallen. Und jetzt die All Will Be One Länder. Das war so die schönste Foil-Variante, hätte ich jetzt gesagt. Also dieses, das Oil Slick Foil. Das an sich hat mir ganz gut gefallen. Also die Foil-Varianten haben es auch in diesem Jahr eigentlich ganz gut gemacht irgendwie. Da waren ein paar nette Sachen mit dabei. Aber gut, jetzt auf die Basics bezogen. Oil Slick war schon ein ziemlich cooler Foiltyp, sage ich jetzt mal. Also ich glaube, overall, gute Idee, gute Foil, gute Optik, Retro geht immer. Also starke Kategorie. Ja, ich verlinke euch übrigens in den Shownotes alle Basics. Ihr könnt also eure eigene Entscheidung treffen. Und dann blendet der Cutter an dieser Stelle einen Trommelwirbel ein. Und gewonnen haben die Commander Masters Retro Basics. Darauf haben wir uns geeinigt. Unser Basic des Jahres. Wahrscheinlich, weil es auch am stärksten an den Basic erinnert, ne? Absolut, ja. Und nicht nur den Trommelwirbel haben wir jetzt. Wir haben auch tatsächlich ein kleines Production Value Upgrade gemacht. Wir haben auch einen Power 9 Pokal designed. Also die Commander Masters Retro Basics sind die ersten sozusagen Gewinner, die auch einen Power 9 Pokal Award bekommen. Also herzlichen Glückwunsch nochmal an unserer Stelle. Ich weiß nicht, kennt ihr die Postadresse von den Commander Masters Retro Basics? Dann können wir den Pokal nämlich auch direkt aussenden. Da lässt sich doch garantiert was machen. Guck hier nochmal in die Datenbank rein und dann wird das direkt rausgeschickt, der Pokal. Ey, richtig geil dieses Jahr. Ja, die erste Kategorie. Basic des Jahres. Haben wir geschafft. Kommen wir direkt zur zweiten Kategorie. Hier schauen wir uns heute die Bonusprodukte des Jahres an. Und da haben wir eine ganz wilde Auswahl für euch. Als erstes haben wir hier die Hot Pockets. Sehr beliebt. Dann haben wir hier noch den Sitzsack, der Love Sack. Und als drittes haben wir die... Oh Gott, sitzt man da gemütlich drauf. Haben wir die Lightning Bolt Nerf Gun. Da haben wir noch als drittes. Also mal hier so eine kleine wilde Auswahl. Wer sich jetzt denkt, Moment, das sind die besten Produkte des Jahres. Ihr habt ja richtig gedacht. Das ist uns nur spontan vorweg als kleiner Spaß eingefallen. Diese drei Produkte wollten wir einfach nochmal erwähnt haben. Möchte jemand noch was sagen? Ich glaube, Kai sitzt wahrscheinlich auf dem Sitzsack gerade. Ich sitze gerade auf dem Love Sack, genau. Und es ist halt... Also es zeigt einfach, wie krass Magic jetzt versucht, auf Gedeih und Verderb in andere Sachen rauszubranchen, wo es einfach wirklich auch vielleicht nicht so viel Sinn macht, ehrlich gesagt. Das finde ich echt abgefahren. Also ich finde es irgendwie auch sehr lehrreich, diese Troll-Top 3 mitzunehmen. Und wir sollten vielleicht noch kurz erwähnen, dass von den Troll-Top 3 zumindest, wenn das diese Kategorie gewesen wäre, hätte der Sitzsack gewonnen. Definitiv, ja. Der ist schon einfach... Also das Preis-Leistungs-Verhältnis beim Sitzsack ist ja einfach unschlagbar, oder? Also ganz ehrlich, wer will... Wie viel hat der da mal gekostet? Knapp unter 1.000, hätte ich jetzt gesagt. Oder so. Also von daher, warum sollte man sich einen vernünftigen Gaming-Chair holen, wenn man sich auch einen Love Sack holen kann? Oder davon... Oder drei vernünftige Gaming-Chairs, wenn man sich auch einen Love Sack holen kann? Also wirklich hervorragend. Ja, das waren schon wirklich großartige Produkte, die wir hier einfach nochmal zeigen wollten. Und jetzt unsere... Die tatsächlichen Produkte, jetzt sagst du ja, hier, Magic versucht ja auch irgendwie einfach in anderen Sachen noch auszubranchen, da noch irgendwas zu machen. Jetzt kommen tatsächlich die richtigen Kategorien. Das erste ist Herr der Ringe. Also jetzt, das ist wirklich ernst gemeint. Aber ja, wenn man sich jetzt dieses Jahr ein bisschen mit Magic beschäftigt hat, dann wird man das wahrscheinlich mitbekommen haben. Universe is Beyond, ganz großes Thema bei Magic. Und ja, Herr der Ringe, Universe is Beyond war wirklich eine sehr große Sache für Magic, würde ich mal sagen. Die Eins-von-eins-Ring-Geschichte war da mit dabei. Das war wirklich krass. Können wir gleich ja nochmal kurz drüber reden. Auf jeden Fall noch mit in der Kategorie auf der zweiten Position. Doctor Who, ebenfalls Universe is Beyond. Gab es auch ein eigenes Set zu, ähnlich eben wie das Herr der Ringe-Set. Einmal das pläte Paket für das eigene Franchise. und auf der drei für alle, die neu bei Magic sind, die Starter-Kids. Das ist ja auch immer ein Produkt, was man eigentlich immer braucht bei Magic. Finde ich jedenfalls persönlich. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Aber ich finde Starter-Kids, besonders, dass die erschwinglich sind, preiswert sind. Das sind immer zwei Decks in einem Paket. Eben sehr preiswert. Man kann einfach mal Magic zocken. Super, super wichtig. Also für mich muss das gar nicht immer super krass, super fancy sein. So ein Starter-Deck. Ein vernünftiges Starter-Deck oder Kit-Paket. sehr wichtig, meiner Meinung nach. Genau, da liegt die Betonung drauf. War mir auch relativ wichtig, dass das auf der Liste ist, dass wir jetzt nicht nur zeigen, okay, es muss immer der nächste Hype sein und die nächste Eskalation sein. Nee, wir brauchen einfach auch diese Basic-Produkte und die müssen taugen. Wir brauchen gute Limited-Umgebungen, wir brauchen Starter-Kids. Wie oft ich das schon jemandem in die Hand gedrückt habe, der dann spielen lernen wollte, wie viele Partien ich schon mit Starter-Kids gespielt habe, damit Leute das lernen. Also allein dafür ist es das schon wert. Während dieses Jahr auch zwei Stück, wir hatten einmal das jährliche und wir hatten das Herr der Ringe Starter-Kit. Insofern beide sehr gelungen und einfach ein super gutes Produkt. Und na klar, also das andere gehört halt auch dazu. Die Universe is Beyond, die viele neue Spielende in Magic geholt haben. Und das muss man ja sagen, gerade Herr der Ringe und Dr. Who haben beide riesige Fanbases angesprochen. Finde ich auch, genau. Und da muss ich auch sagen, das finde ich, hat auch einfach mega Lust gemacht. Also ich habe da feststellen können, jetzt mal die Starter-Kids außen vor genommen, da hattest du ja schon gesagt, warum die so wichtig sind. Oder ihr hattet schon gesagt, warum die so wichtig sind. Ich muss sagen, bei den anderen Sachen hat es, also Dr. Who, Herr der Ringe, im nächsten Jahr kommt jetzt Fallout als Universe Beyond. Wir haben ja immer hier im Podcast auch so ein etwas, ich sage mal, konservativeren Take, was diese Universe Beyond angeht. auch gerne sagen, wenn man, naja, ich meine Magic könnte auch vielleicht ein bisschen mehr bei Magic bleiben und so weiter. Aber ich muss sagen, die schaffen die Umsetzung in dieser Universe Beyond einfach so gut. Herr der Ringe kam raus, ich habe mir die Herr der Ringe Filme angeguckt. Also ungelogen, ich habe einfach durch das Magic Set Bock auf das andere Franchise gekriegt. Dr. Who kam raus, ich dachte mir, das kann nicht wahr sein, wie viel Witz, wie viel Humor, wie viel Kreativität ist denn in diesem Franchise drin. Auch dazu bin ich jetzt leider noch nicht gekommen, weil mein innerer Monk einfach nicht in der Lage ist zu verkraften, irgendwie beim neunten Doktor oder was weiß ich anzufangen, jetzt aus dem ersten Doktor der Neuzeit und nicht schon aus den 70ern anzufangen und dann sagt man mir, da fehlen ein paar Episoden, ich kann das gar nicht mehr komplett von Anfang an gucken, habe ich so ein bisschen meine Probleme überhaupt damit zu starten. Aber grundsätzlich, auch Fallout, das Fallout Universe ist Beyond, wurde angekündigt, ich habe mir erst mal Fallout 3 von Steam runtergeladen. Hast du geil! Vielleicht bin ich auch einfach, vielleicht bin ich auch einfach ein kleines bisschen so ein Opfer, was das angeht. Aber trotzdem, muss ich sagen, haben die es geschafft, einfach das Wesen und den Flavor dieser eigenen Franchise so gut in Magic-Karten zu übersetzen, dass da einfach ein gutes Produkt rauskommt. Und persönlich finde ich auch, das hat man bei Fallout ganz gut gemerkt, da sitzen ja jetzt mal die Menschen, die bei Wizards arbeiten. Das sind ja nicht nur Leute, die so Scheuklappen aufhaben und sagen Magic, 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 Magic. Das sind ja menschliche Wesen, die haben Hobbys, die haben Vorlieben und so weiter. Die sind halt nur auch noch sehr, sehr gut darin, Spiele zu designen und Karten zu designen. Und wenn man denen sozusagen das Produkt-Lead gibt für eine Sache, die sie lieben, dann stecken sie da auch noch mal extra viel Arbeit rein. Bei dem Universe Beyond Fallout zum Beispiel war der Lead-Designer so ein Typ, der kannte Fallout in- und auswendig. Da war so ein Typ von Fallout dabei und der meinte, ja gut, wenn es um Fallout geht, müssen wir jetzt den Typen von Wizards fragen, weil der sich einfach besser auskennt als ich. Und dann denkst du dir halt so, okay, krass. Und wenn die Leute halt einfach so ihre Energie und ihre Liebe zu einer Sache mit da reinstecken, dann merkst du halt einfach, dass da was richtig Gutes bei rauskommt. Das hat man halt eben auch bei Herr der Ringe und Doctor Who gemerkt, weil das einfach richtig, richtig gut umgesetzt ist. Und so stelle ich mir das eben auch bei Fallout vor. Deshalb kein Wunder, dass diese Bonus-Produkte da mit auf der Liste sind. Ja, die gehören da schon mit drauf. Universe is Beyond, das war wirklich ein sehr spannendes Thema einfach bei Magic, als das so losging. Sehr aufgeladenes Thema auch. Die Umsetzung jetzt, egal wie gut man es findet oder wie schlecht man es findet, die Umsetzung von Universe is Beyond finde ich auch einfach richtig gut. Ich finde es einfach super interessant. Das erinnert mich einfach ein bisschen. Ich meine, das gehört auch zu Wizards, Dungeons & Dragons. Die haben ja auch so ein Regelwerk quasi und dann auf der Basis von diesem Regelwerk erfinden Leute komplett neue Spiele. Und so ein bisschen sehe ich das auch bei Magic, bei Universe is Beyond. Magic ist da quasi nur so das Regelwerk, die Grundlage, wie man ein Spiel spielen kann. Und dann wird eben der Skin quasi von Herr der Ringe draufgeklatscht oder von Dr. Who, so nach dem Motto. Und ja, dass Magic da einfach so ergiebig ist. Also das funktioniert sowas von gut. Und dann denke ich mir immer so, die anderen Franchises, die müssen gar nichts mehr machen. Wir machen einfach eine Magic-Variante von allem. Das scheint ja sehr gut zu funktionieren. Also wirklich krasse Umsetzung, teilweise auch das Marketing halt. Also wer das bei Herr der Ringe nicht mitbekommen hat mit dem einen Ring und die Post Malone-Geschichte. Also ich glaube in der Magic-Community haben da einfach gefühlt, jede Person hat davon wahrscheinlich gehört. Alle wollten den Ring haben oder einfach auch nur mitbekommen. Wo ist dieser Ring? Hat den schon jemand aufgemacht? Hat den jemand gefunden? Das war einfach wild. Also da erinnert man sich einfach dran. Ja, jetzt wo du gerade gesagt hast, jeder aus dem Magic-Universum hat das bestimmt mitgekriegt mit dem einen Ring. Nicht nur Leute aus dem Magic-Universum. Ich erinnere mich noch daran, dass ich irgendwie mit Kata unterwegs war und dann haben wir irgendwie, haben wir uns mit ein paar Freundinnen getroffen und dann haben die mich alle gefragt, ist der eine Ring jetzt schon gefunden worden? Haben gar keinen Bezug zu Magic. Gar keinen Bezug zu Magic. Aber dann habe ich das irgendwo gelesen, weil das ist ja nicht nur dann sozusagen auf Magic-Portalen gewesen, sondern auch so bei so, ich weiß gar nicht, wie diese Sachen heißen. Es gibt ja so verschiedene, was weiß ich, Polygon oder so verschiedene Zeitschriften oder Informationsseiten im Internet, wo dann eben auch so ein bisschen Werbung für den einen Ring gemacht wurde. Und dann wussten das plötzlich alle. Also das ging ja durch, durch viel, viel, viel mehr als nur die Magic-Leute. Boah, ja, das war so super wild. Ich erinnere mich noch, meine Mutter, die wirklich so an sich nichts mit Magic zu tun hat. Die hat mir einen Artikel von der Internetseite geschickt mit, ja hier, Post Malone hat den Ring gekauft irgendwie. Also total krass. Also das passiert wirklich nur ganz selten. Ich kriege in letzter Zeit immer Links von meiner Mutter mit Post Malone, kauf den Black Lotus. Dann ist man so, Black Lotus? Junge, guck doch mal, das kennst du doch bestimmt hier, der Post Malone. So, voll geil. Also wenn das schon bis da rüber schwappt, das ist wirklich was super krasses, muss ich sagen. Also in den News-Outlets, die meine Eltern verfolgen, kommt eher selten Magic vor und wenn dann, oder Post Malone oder Herr der Ringe oder was auch immer. Selten, ja. Aber mittlerweile, heutzutage, 2023, selten, aber es kommt vor. Sehr beeindruckend, muss ich sagen. Ja gut, aber jetzt haben wir, glaube ich, die Leute auch lange genug auf die Folter gespannt. Dustin, willst du uns denn vielleicht sagen, was das Bonusprodukt des Jahres geworden ist? Drumroll? Und der Gewinner, Bonusprodukt des Jahres, Herr der Ringe. Also ich meine, Universe is beyond Herr der Ringe, jetzt haben wir es ja schon vorweg quasi verraten, habe ich so das Gefühl. Aber ich glaube, es gibt so viele Punkte für Herr der Ringe. Das war super populär. Ich glaube, es war das bestverkaufteste Magic-Set aller Zeiten. Auch. Das spricht auch irgendwie dazu, dass man dann hier den Award rauskippt, oder? Noch ist es zweitmeister, ich glaube, Modern Masters 2 war noch minimal. Stärker wird Herr der Ringe noch aufholen. Jetzt gerade auch mit dem Weihnachtsrelease gibt ja noch ein zweites Holiday Release. bis jetzt. Und ist auch, denke ich, das Universe is beyond, was bisher mit Abstand am besten funktioniert hat, weil es einfach auch immer noch so nah an Magic ist, durch die Fantasy-Lore. Es ist halt einfach ganz was anderes, ob es jetzt Herr der Ringe ist, wo es jetzt alles organischer anfühlt, oder dann halt Fallout, wo dann gleich so eine post-apologisch, oder post-apologisch, wo es auftaucht. Also, wie gesagt, ich habe mich ja damit arrangiert und abgefunden, dass wir Universes Beyond haben, aber Herr der Ringe einfach das Banger-Produkt, das Jahresende, das umfasst jetzt einfach alles. Die Limited-Umgebung, die Commander-Decks, das Re-Release, einfach so viel. Ja gut, dann würde ich sagen, kommen wir mal zur nächsten Kategorie. Kein Jahr ohne Drama, so natürlich auch im Magic-Universum. Die nächste Kategorie heißt nämlich Magic-Drama des Jahres. Wir hatten die im letzten Jahr schon. Im letzten Jahr, glaube ich, aber einfach mit einer absoluten stellar Performance. Die 30-Anniversary-Bonus-Edition wird wahrscheinlich schwierig zu toppen sein. Die hat doch einige Leute ziemlich angesickt, würde ich mal sagen. Sag das nicht zu laut, sonst da wird nur einer draufgelegt nachher. Aber das war schon Top-Level. Das war schon Top-Level. Wir haben trotzdem ein bisschen rumgeforscht und mal versucht, das Jahr Revue passieren zu lassen, um euch drei würdige Kandidaten für das Magic-Drama des Jahres zu präsentieren. Wir haben dort zum einen die Pinkertons. Ihr erinnert euch vielleicht, so März, April herum war das. Da hat Magic tatsächlich die Pinkertons zu einem YouTuber-Haus geschickt, um dann die geleakten Karten zurückzuholen. Also ein bisschen so selbstjustizmäßig. An der zweiten Position haben wir den Challenge-Bug. Der ist schon tatsächlich ein bisschen länger da und auch großartig problematisch, denn aufgrund des Challenge-Bugs, also auf Arena, wo sich die Leute einfach nicht mehr per Direct-Challenge oder per Friends-List battlen können, der Bug ist jetzt schon einfach eine geraume Zeit da und der hat halt extreme Auswirkungen, weil einfach im Prinzip kein Drittparty-Play mehr möglich ist. Kein Turnierorganisator, der digitale Events stattfinden lassen kann, darunter zum Beispiel, aber auch ich. Also ich kann keine Community-Turniere mehr stattfinden lassen, ich kann keine Gauntlets mehr stattfinden lassen, weil sich einfach niemand mehr matchen kann, außerhalb des Leather-Systems oder des Direct-Plays. Das führt natürlich zu großen Problemen und was da auch noch sehr, sehr schade ist, ist, dass er einfach jetzt schon ein paar Monate da ist. Also ich meine, das ist halt wirklich einfach abgefahren. Und dann haben wir noch, was vielleicht auch so ein kleines Drama ist, würde ich sagen, ist einfach March of the Machine, Machines the Aftermath gewesen. Das erste Mal, als Epilog-Booster eingeführt wurden. Epilog-Booster, die Booster, mit denen du nichts machen kannst. Ich erinnere mich noch sehr gut da dran, Dustin und ich wollen ja in der Regel immer mit neuem Produkt irgendwie eine Kleinigkeit für euch aufnehmen. Sei es ein Mini-Master, sei es irgendwie vielleicht ein Sealed oder sowas irgendwie. Ja, wir haben Epilog-Booster, ja, da sind fünf Karten drin, ja, und sobald du zwei aufgemacht hast, hast du dreimal die gleiche Karte, weil einfach auch nur 30 Karten im Set sind und die kosten halt einfach genauso viel und das ist halt einfach so, ja, wollt ihr uns rollen? Ja, aber die sind wichtig, weil sie die Geschichte erzählen. Ja, aber das könnt ihr vielleicht auch einfach in ein normales Set reinpacken. Warum macht ihr da sich jetzt überteuerte Booster, die, wo fünf Karten drin sind, mit irgendwelchen Designs, die auch gar nicht so wirklich irgendwie ins Set reinpassen, super schwierig zu, also da dran zu kommen und so. Also Aftermath war auch so ein Set-Release, wo wir uns gedacht haben, was ist hier los? Ja, und man kann damit nicht spielen. Also es ist einfach Booster, die muss man kaufen zum sinnlos aufreißen. Und das ist irgendwie ein bisschen whack, also für eine echte Edition. Klar, es gibt immer mal ein Bonus-Produkt, wo das vielleicht so ist und klar, es gibt auch die extra Sammler-Booster, die natürlich auch nur zum Aufreißen quasi taugen, aber für Aftermath wirkt das so aufgestöpselt. Wir haben Bonus-Sheets in Editionen, in jeder Edition gefühlt jetzt, also da hätte sich doch auch ein Ort gefunden, das einfach so zu machen. Man hätte es einfach als Komplett-Set machen können. Hier, wir haben 30 Karten, ihr könnt euch die als ein Pack kaufen, die kommen dann wie früher in so ein Tournament-Pack, in so eine Pappkarton-Box, da habt ihr die komplette Story, habt jede Karte einmal, aber da fehlt natürlich dann wieder der Loot-Effekt. Also da hat man versucht, schlauer sein zu wollen, ein neues Produkt irgendwie mal reinzupressen. Ich bin mir relativ sicher, wenn wir diese Produktvariante nicht wiedersehen in vertretbarer Zukunft. Ansonsten Challenge Park hat auch viele Events einfach so gestört, auch wo ich hier und da mit dabei war. also da blutet dem Software-Entwickler in mir das Herz. Ich verstehe, dass es manchmal solche Bugs gibt, aber ich denke, die schwitzen da auch, aber es nervt halt und es ist halt echt ein Drama für Magic. Wir haben sowieso schon das Problem, wir haben keinen Spectator-Mode. Es gibt so viel, was Arena einschränkt in der Nutzbarkeit für Übertragungen und das macht es halt einfach gleich doppelt schlimm. Das ist wirklich doppelt schlimm. Also der Challenge-Bug betrifft natürlich auch mich regelmäßig. Auch Events, in denen ich teilgenommen habe. Ich meine, Kai hat es eben alles gesagt. Also das ist wirklich, dass die die Software nicht unter Kontrolle haben. Das ist halt wirklich ein sehr großes Problem. Jetzt irgendwie jedes Update ist irgendwie was dabei mit, ja, wir haben den Challenge-Bug verbessert, aber irgendwie haben wir den Challenge-Bug dann immer noch. Also irgendwie trifft ja immer Kai und mich eigentlich regelmäßig. Also ich weiß auch nicht genau, aber ja, das war schon extrem nervig dieses Jahr und das geht halt wirklich schon über Monate hinweg, oder? Ja, genau. Und außerdem, wie random der auch war. Also wir wollten ja jetzt seit Wochen Brawl aufnehmen und dann hast du mal einen Tag, wo du dich gegeneinander matchen kannst, hast du einen Tag, wo du dich nicht matchen kannst. Wir zocken gegeneinander, es geht nicht. Ich logge mich in meinen Zweit-Account ein, also in meinen Speedrun-Account ein. Plötzlich können wir gegeneinander spielen, aber da habe ich natürlich die Karten nicht, um gegeneinander, also es ist halt so, wieso geht das, wieso geht das nicht, mal geht das, wenn Dienstag es ist, mit Luftdruck oder Luftfeuchtigkeit zu tun hat, ob man sich gegenseitig matchen kann. Es war einfach so random. Echt Wahnsinn. Das war halt wirklich ein Riesenproblem, dass man das nicht rekonstruiert. Christian hat es gerade gesagt, die kriegen den Code noch nicht mal die Entwickler. Das komplette Team kriegt das noch nicht mal rekonstruiert. Und dann wissen die einfach nicht genau, was da passiert. Das ist halt, ja, mal gucken, wie lange das noch weitergeht. Also wirklich eine sehr spannende Geschichte. Ja, die Pinkertons-Geschichte, auch immer noch mal ein netter Reminder. Multi-Milliarden-Dollar-Firmen sind immer nur so lange nett zu einem, solange sie was von dir wollen. Wenn man irgendwie mal was verkaufen, sehr toll, alles gut, hier neue Produkte. Die eine Person hat es auf jeden Fall ziemlich mies dann da in dem Moment getroffen. Ich glaube, dass uns das jetzt nicht so krass passieren kann hier, also außerhalb der USA. Man kriegt vielleicht mal ein Schreiben irgendwie, ein Anwaltsschreiben vom 20-köpfigen Anwaltsteam dann. Aber kann man auch drauf. Also noch mal hier der Disclaimer, falls ihr irgendwas zu früh bekommen solltet, am besten nicht ein Video davon machen. Also es nicht öffentlich posten. Also das war auch einfach eine Geschichte. Wie gesagt, netter Reminder, so eine große Firma, kann halt auch immer mal anders. Muss man sich mal dran erinnern. Ja, Christian, ist dir da noch was eingefallen? Ja, ja, da fällt mir gerade ein lustiger Effekt ein, denn einen ähnlichen Effekt haben wir gerade für Ravnica Remastered. Da haben die Ambassadors die Produkte auch geschickt bekommen. Also dieses Ambassador-Programm ist ja in den USA Creator, die einfach mit Produkt unterstützt werden, weil sie Content über Magic machen, gibt es nur in den USA. Und die haben Ravnica Remastered, die kriegen mal so ein Produkt zugeschickt, Displays, Sammlerbooster, dies, das, jenes. Und das haben sie geschickt, bevor die Preview-Show war und auch teilweise auf Twitter gepostet. Da gab es lustigerweise keinen Aufschrei. Also auch wenn das ja auch ungeplant war. Klar, jeder konnte sich grob denken, was in den Displays drin ist. Das war ja jetzt ein reines Reprint-Produkt. Aber auch da habe ich gedacht, hm, auch wenn es jetzt nur ein, zwei Tage vorher war, die Preview-Show ist erst übermorgen. Aber hier fliegen schon auf Twitter, ich habe mein Display aufgemacht, Bilder rum, auch irgendwie nicht so geil. Also du hättest gesagt, da hätte man ruhig mal eine Tür eintreten können. Ja, also. Also ich meine, da hätte doch mal ganz gediegen einfach die Tür eingetreten werden können. Ja gut, aber ich meine, das ist vielleicht dann auch wieder so ein Fehler von Wizards selber, oder? Also weil ich meine, was erwarten die denn, wenn die sozusagen an Leute, die sich Ambassador nennen, Produkt rausschicken, damit die damit Content machen oder damit die sozusagen, was, dann kriege ich Produkt geschickt, ja okay, warte, dann lasse ich das liegen. Also dann muss denen zumindest auch irgendwie mitgeteilt werden. Also entweder müssen sie es später kriegen oder es muss denen mitgeteilt werden, dass sie es nicht machen sollen. Das wäre ja sonst irgendwie, vielleicht liegt das jetzt auch an Wizards selber. Das ist natürlich schwierig zu sagen. Na gut, lange Rede, kurzer Sinn. Wir müssen hier auch weiter einen Pokal verteilen. Der Pokal für das größte Magic-Drama des Jahres geht an den Challenge-Bug. Ja, man hätte das vielleicht nicht vermutet, aber der Challenge-Bug ist einfach wirklich hart einschneidend. Gerade auch für, also Dustin hat es ja auch so ein bisschen mitgekriegt, aber gerade auch während des Charity-Pokals haben wir einfach so hart gelitten um die Leute gegenseitig Matches. Wir mussten die Turnierstruktur ändern. Also ich meine von so einem riesigen Turnier, wo 24 absolut krasse Content-Creator mitspielen, ist einfach nicht die Möglichkeit gewesen, dass man sich direkt über Arena-Challenge, die Turniere fallen reihenweise aus, es macht halt einfach so viel kaputt und das über einen so langen Zeitraum, dass der Challenge-Bug hier einfach das größte Magic-Drama für uns geworden ist. Aber nicht zuletzt auch, das hatte Dustin ja gerade erwähnt, also uns mit den Pinkertons betrifft das ja eh, also wir werden halt nie die Pinkertons, bei uns ist das nicht so real, ne? Wahrscheinlich, wenn jetzt einer von uns die Pinkertons zu Hause gehabt hätte, dann hätte vermutlich was anderes diese Kategorie gewonnen, aber dadurch, dass es für uns ein bisschen weiter weg ist und der Challenge-Bug sehr, sehr gut greifbar ist und man ihn quasi jeden Tag merkt, hat er dann doch die Kategorie Magic-Drama des Jahres gewonnen. Ich finde das halt auch wirklich absolut in Ordnung. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei euch in diesem Jahr war, bei mir wurde ja einmal die Tür eingetreten. Ich habe da ja noch einen relativ guten Vergleich. Ja gut, guck mal, jetzt können wir auf jeden Fall auch drüber lachen. Ich habe das auch schon wieder komplett vergessen, bis wir gerade gesagt haben, ja da, für alle, die das nicht mitbekommen haben, das war ein medizinischer Notfall bei der Nachbarin, war sieben Uhr morgens und bei mir wurde dann die Tür eingetreten. War eine minimale Verwechslung, also ist eine Erfahrung, die man nicht machen möchte, besonders wenn man, wenn dann nichts passiert, also war ja dann nichts so, jetzt bei mir, allen geht es gut, dann ist ja alles cool. Dann vergisst man das auch relativ schnell, der Challenge-Bug ist immer noch recht nervig, also ich finde, das war völlig in Ordnung, das an den Challenge-Bug zu geben. Das eine war kurz und schmerzlos, zack, war die Tür offen, der Challenge-Bug, der nervt mich jetzt immer noch nach vorne. Ich finde, das war sehr in Ordnung, doch, 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 ja. Dann würde ich sagen, nächste Kategorie steht an, und hier ist jetzt was, wo wohl auch einige von euch eine Meinung zu haben, weil sie einfach dabei waren. Denn es geht um das Event des Jahres. Wir haben mal geschaut, was sind dieses Jahr so an Events passiert und da gab es wirklich viel zur Auswahl. Also wenn man es dann mal vorbespricht und sich überlegt, was sind denn unsere drei Nominierungen, dann ist uns doch schon einiges aufgefallen, was wir nicht auf die Liste setzen konnten. Punkt eins auf der Liste ist die Gather for Good, die Charity Week der deutschen Content Creator und Creatorinnen organisiert von Hannah und Bea lief jetzt erst im Dezember. Es wurden Weihnachtsgeschenke für bedürftige Kinder gesammelt beziehungsweise das Geld dafür und es sind über 4.000 Euro zusammengekommen, 135 Weihnachtsgeschenke. Super gut, super selbst organisiert. Also jeder hat gemacht, was er konnte. Wir haben den Quiz gespielt. Da wurde ein Commander gemacht. Ich glaube, Hannah, Mina und Bea haben gebastelt und gestreamt und dabei geredet. Dann einfach online gewesen, einfach mit der Community interagiert und Charity Spenden gesammelt. Super coole Aktion. Das zweite war ein Vor-Ort-Event für die meisten und zwar das Command-Fest in Frankfurt. Command-Fest ja irgendwie war so ein Feel-Good-Familien-Sommer-Event. Also jeder, der da war, war super chillig. Es war halt keine kompetitive Turnierstruktur, sondern jeder hat sich irgendwo hingehockt, hat irgendwie ein bisschen Achievements gemacht, hat sich mit anderen Leuten mal hingesetzt, hat andere Leute getroffen, die man zum ersten Mal vielleicht getroffen hat. Wir haben den Live-Podcast fortaufgenommen, das war für uns auch mal eine ganz neue Erfahrung. Ich habe Kai da auch, glaube ich, zum ersten Mal in Persona getroffen, wenn ich mich richtig insolle. Ja, wir haben uns zum ersten, ja, also zumindest so, dass wir uns kennen. Vielleicht haben wir uns schon mal irgendwo auf einem Turnier gesehen. Genau. Und das dritte Event, das ist jetzt so ein bisschen so ein Platzhalter für generell Magicons, aber es ist die Magicon Vegas mit den Worlds, war das damals ja. Da hat er Kai natürlich ein bisschen direkteren Bezug, weil er ja vor Ort war. Da läuft übrigens auch gerade das Vlog auf seinem Kanal, wer das sehen möchte. Kleiner Plug an dieser Stelle. Und das sind unsere drei Nominierungen. Magicon gibt es ja auch in Europa. Also nächstes Jahr Amsterdam, dieses Jahr war Barcelona. Also auch schon ein bisschen direktere Bezug für die europäischen Spiele und Spielerinnen. Ja, ich muss sagen, drei hervorragende Events, eins besser als das andere. Auch da nochmal, Charity Week, einfach ein hervorragendes Event, finde ich. Einfach ein super guter Kurs irgendwie für Kinder, Weihnachtsgeschenke zu sammeln. Da nochmal ein ganz, ganz großes Dankeschön an dich, dass du die Mana Crip bereitgestellt hast. Und die einfach tatsächlich, also das hast du einfach dann sozusagen zu verloren oder zur Versteigerung preisgegeben. Und auch nochmal ein großes Dankeschön an Napfkuchen, der einfach die für 375 Euro ersteigert hat. Das war auch äußerst hervorragend. Commandfest Frankfurt, kann ich nur zustimmen, war ein tolles Event. Der Live-Podcast war mega witzig irgendwie, wo Daniel dann noch die ganze Zeit irgendwie immer wieder neue Gäste herangekarrt hat, dass den einfach per Videoschalte dabei war. Ja, auf dem Notfallfernseher oben drüber. Genau, und dann immer so super umständlich, warte, wie kriegen wir denn jetzt Dustin auch noch das Bild übertragen? Und da warte, dann müssen wir noch ein zusätzliches Handy in den Discord-Call holen, damit das irgendwie performt, also es war sehr wild, aber geil. Ja, er hat richtig Bock gemacht, der Live-Podcast, also das war schon so das Highlight, würde ich sagen, vom Commandfest, aber trotzdem auch da genau alle Leute zu treffen, ständig sprecht nicht Leute irgendwie an. Und das ist auch nochmal so ein, finde ich, so ein kleiner Unterschied, wo man so ein bisschen die Wertschätzung merkt. Also wenn du, wenn du als Content-Creator auf dem Commandfest Frankfurt bist, dann wirst du gegebenenfalls mal angesprochen. Aber also, irgendwie so, hey, voll cool, ich mag deinen Content gerne, hey, magst du vielleicht meine Karte signieren oder die Playmat signieren oder so. Dieses Familiäre, beziehungsweise dieses, das findest du halt auf der MagicCon Vegas nicht. Also wenn du da als, auch wenn du da als Solaris rumläufst, dann bist du jetzt nicht, ah, guck mal hier, der Solaris, da laufen dann halt so Reduke, LSV, Rhystic Studies, keine Ahnung, der Professor, guck mal, alle, da laufen halt solche Leute rum, da bist du dann halt, nee, nicht, dass ich jetzt unbedingt den Fame haben will, ne, das ist jetzt gar nicht, aber das ist schon irgendwas Schönes, so irgendwie zu, hey, einfach, dass Leute auf dich zukommen, irgendwie cool finden, was du machst und du mit denen ins Gespräch kommst, das ist so ein bisschen nahbarer, so ein bisschen näher einfach, trotzdem MagicCon Vegas natürlich komplett überwältigend, einfach, also ich meine, das ist jetzt schon, schon, schon ein großes, schon eine große MagicCon gewesen, also die waren auch einen Ticken größer als Commandfest Frankfurt, muss man an der Stelle sagen, waren ein paar Leute mehr da und natürlich extrem abgefahren, ich hab von der MagicCon selber ja auch nicht super viel mitgekriegt, weil ich einfach drei Tage lang den Kostüm gemacht habe, aber so ein bisschen nimmt man den Flair natürlich schon mit und grundsätzlich, dass es diese MagicCons gibt, also einfach so diese absoluten, ja, ich sag mal, das ist wie die Spiel für Brettspiele, ne, also einfach so diese riesigen Messen, wo du einfach alles machen kannst, was mit Magic zu tun hat, sag irgendein Event, was du gerne spielen würdest und dann gehst du zum MagicCon und dann kannst du es einfach spielen. Was hältst du denn davon, wenn wir in Wilds of Red Rain Collector Booster Seat machen? Kein Problem, gibt's drei Events heute und du denkst dir so, ja, okay, cool, dann machen, also das ist halt einfach so, du kannst machen, das ist schon, das hat schon auch einen sehr, sehr großen Reiz, mal so eine MagicCon zu besuchen, deshalb auch hier nochmal meine Empfehlung, nächstes Jahr Amsterdam, wer von euch die Möglichkeit hat und die Zeit haben sollte, kann ich nur empfehlen, auch mal bis nach Amsterdam zu düsen, für mich ist es ja eher so eine Art, auch so ein, das ist ja in meinem Vorgarten quasi, also aus Nordrhein-Westfalen nach Amsterdam ist jetzt kein großes Problem, von daher, ich werde auf jeden Fall vor Ort sein. Oh, boah, richtig gut, also hier die ganze, die Eventauswahl, einfach richtig gut, jetzt, ja komm, Vegas, hast du mit aufgehört, fange ich jetzt mit an, das war einfach mal super interessant, einfach zu hören, ich hatte ja auch eine USA-Reise mal hinter mir, aber ich war in Seattle, ja gut, das ist halt die Stadt auch von Magic, da haben die ihr Hauptsitz, das war halt auch ziemlich nett, aber Vegas, so als Event, ja, das klang ziemlich cool, ich durfte ja dich und Cutter interviewen, wir haben ja zu dritt die Vegas-Episode hier im Podcast gemacht, das hat richtig Bock gemacht, einfach zu hören, wie ihr da rumgetourt seid, auch außerhalb jetzt von Magic, das klang einfach nach einer wunderbaren Reise, ging ja auch ein bisschen länger als das Wochenende, also das klang schon richtig, richtig gut, wenn man halt so eine ganze Woche unterwegs ist, das ist schon eine feine Sache, Frankfurt, ja, war ich ja quasi mit dabei, also haben wir ja eben gesagt, oben auf dem Monitor, als deutsches Event, du hast die beste Aussicht, ich hatte definitiv, also wenn du dich aus dem Monitor gesehen hättest, hättest du die beste Aussicht gehabt. Demnächst brauche ich noch eine Webcam, die dann meine Augen darstellt, am besten zum Gucken noch, arbeiten wir dran, man kann ja alles noch verbessern, aber das sah halt auch extrem gut aus, ja, Christian? Brauchen wir nicht dran arbeiten, inzwischen hat das Messesetup von Ultimate Guard, die das ja unterstützt haben da vor Ort, die haben jetzt immer so eine bewegbare 360-Grad-Kamera über dem Fernseher, das heißt, das passt sogar sehr gut zu deinen Augen. Perfekt, oh, richtig gut, wir müssen dir nur die Möglichkeit geben, die Remote zu steuern. Das wäre noch besser. Zu Hause musst du, das wäre natürlich, dann kannst du selber deine Augen bewegen. Ja, wir brauchen so einen Chibi-Roboter einfach demnächst, nächste Messe, der fährt dann da rum. Oh, geil, aber ja, Frankfurt einfach auch Command-Fest, nicht Magikon, also Commander, finde ich ja auch persönlich immer sehr nice, also overall klang das halt auch nach einem richtig geilen Event und die Charity Week, da habe ich selber mitgespielt, da habe ich nämlich dann selber Commander gespielt, da sind wir wieder beim Thema und ja, und dann eben aus der deutschsprachigen Community organisiert, das war ein tolles Event, Charity Event, das war mein persönlicher Favorit, richtig geil, total ungezwungene Events, sage ich jetzt mal, vororganisiert oder eine Termine, dann haben wir mal gedraftet, es gab das Quiz, wir im Commander gespielt, da wurde alles Mögliche gemacht und dann eben für den guten Zweck Spenden gesammelt, das war sowas von eine runde Sache, hat mir richtig gut gefallen, auch eine super gute Woche und ja, ich glaube, mein persönlicher Favorit, einfach weil sowas Kleines aus der Community ist, was aber super gut funktioniert hat, das finde ich einfach toll, richtig gut, Grüße gehen nochmal raus, an alle aus der Charity Week, richtig geile Aktion. Ein Drommelwirbel. Unser Event des Jahres 2023 ist das Commandfest in Frankfurt, haben wir uns entschieden, Glückwunsch an JK, der das ja mit Wizard zusammen da organisiert hat, war einfach so ein Familientreffen, da war einfach so genau der richtige Mix aus, klar, die Creator machen was, die Creator haben was, aber halt die Community war da auch so stark vertreten, also da wurde alles Mögliche gespielt und man hat auch andere Influencer da getroffen, Künstler waren da, die berühmten Abendessen dann im indischen Laden, also es ist... Genau, im indischen Laden, der zur goldenen Traube heißt. Also einfach super, super runde Sache, Sommerwetter hilft natürlich auch dann, naja gut, hilft in gewissen Grenzen, weil es war dann schon auch gut warm, aber ja, unser Event des Jahres, die anderen Events natürlich auch sehr nah dahinter, es war einfach ein großartiges Eventjahr, muss man auch sagen. Das war auf jeden Fall ein großartiges Event, ja, schöne Auswahl, dann würde ich sagen, kommen wir zum nächsten Award, Award Nummer 5, der beste neue Commander des Jahres, jetzt geht es wirklich so ein bisschen um Magic, Magic Karten an sich, das eigentliche Spiel, und ja, ich habe jetzt eben gesagt, Commander ist ja so mein Lieblingsformat, Commander geht halt immer und wir haben drei rausgesucht, ohne Reprints und ohne Pre-Constructed-Decks, weil diese Commander auch überall quasi vertreten sind, haben wir uns alle anderen mal angeschaut und besonders beliebt war, auch wirklich sehr oft gespielt, wir haben natürlich Statistiken auch gecheckt, wo wurden wie viele Decks von wem hochgeladen und unter anderem haben wir ganz oft Sauron, The Dark Lord gesehen, Ich meine, Universes Beyond, Herr der Ringe haben wir eben schon angesprochen, dass da der Hauptbösewicht, Sauron, auch ganz gerne gespielt wird, ja, das spricht nur für den Erfolg der Edition, der Sauron, der wird andauernd irgendwo im Commander gespielt, der war sehr oft mit dabei, dann haben wir Urthed, den Remnant of Memnark, der legendäre Myr, ich glaube, auf so eine Karte warten auch immer viele, wenn so ein nicht ganz klassischer Kreaturentyp irgendwie einen Commander oder einen Lord bekommt, da sind die Leute einfach mal scharf drauf und ja, ein legendärer Five-Colored Commander, der noch ein Myr ist, der kommt, glaube ich, gut an, man kann alle Mana-Myrs spielen, Myr Battles 4, das volle Programm, also je nachdem, was man da bauen möchte, das ist wirklich immer eine Karte, ich glaube, die sind sehr beliebt einfach in der Community und als drittes haben wir auch noch mal eine sehr starke Karte einfach, Etali Primal Conqueror, Ghul Etali, absolute krasse Karte, sehen wir auch nicht nur im Commander, eigentlich in allen Formaten, weil es einfach eine gute Karte ist, wenn man viel Mana hat, Zaubersprüche umsonst spielen, aber natürlich im Commander-Format, wenn man mehr als einen Gegner hat, Etali natürlich nur mal einen Ticken besser und ja, hier auch auf jeden Fall mit dabei, bester neuer Commander des Jahres, Sauron, Urtet oder Etali, was sagt ihr denn dazu? Absolut geile Auswahl, also ich meine, im Gegensatz zu dir, bin ich jetzt nicht für meinen Commander-Gameplay bekannt, aber die Karten an sich kenne ich natürlich, ja, also offensichtlich sagen mir die Karten all was und ich finde, ich finde das eine super tolle Auswahl, Sauron, ja klar, ist halt einfach ein sehr gut dargestellter Antagonist aus dem Herr-der-Ringe-Universum, aber vielleicht profitiert er auch ein bisschen von der Farbkombination, weil ich so das Gefühl habe, dass Grixis, glaube ich, einfach auch eine sehr, sehr, sehr beliebte Farbkombination ist, also alles was du willst, Counter-Spells, Destruction-Spells, Hand Disruption und so weiter, das macht sich einfach gut, diese Farbkombination Grixis spielt sich einfach gut zusammen, Urtet, genau wie du gerade schon gesagt hast, glaube ich, einfach extrem beliebt, wenn man mal so ein bisschen Out-of-the-Box-Kreaturen-Typen supportet und Myr, ja, Myr sind einfach cool gewesen, auch schon damals im ersten Neurodien, diese kleinen Viecher, die dann einfach 500 tappen, Gold Myr, Sapphire Myr oder wer auch immer, also die haben ja so Namen, die zu der entsprechenden Farbe passen und so weiter, total coole Karten, sind halt irgendwie so, kommen einem zumindest so vor, wie so kleine Helferlines, so kleine irgendwie, ähnlich fast schon so wie die Gnome aus Lost Caverns of Ixta-Line, einfach so ein Kreaturen-Typ, den man lieb haben muss, ja, und Itali, habe ich mal direkt eine Frage an euch, weil wir den jetzt natürlich, oder weil wir sie jetzt natürlich als Commander rausgestellt haben, ist natürlich auch im Constructed eine sehr, sehr starke Karte, aber jetzt hattest du auch gerade gesagt, Gruul Itali, weil, das ist ja eine Sieben-Mana-Karte, glaubt ihr, dass die Phyrexianisierung, die über ein grünes Mana stattfindet, also über ein grünes phyrexianisches Mana, man muss ja glaube ich einen neuen und ein grünes phyrexianisches Mana oder sowas bezahlen für die, glaubt ihr, dass die grün geworden ist, damit sie die Color Identity Gruul bekommt, damit man sie gut so in Ramp-Decks spielen kann und schnell rauskriegt, weil es ist ja nicht zwangsläufig notwendig, dass man da eine grüne Aktivierung gibt, die hätte ja auch schwarz sein können oder halt von mir aus rot oder colorless oder so weiter, sondern hatte man da Commander im Blick, dass man sagt, okay, wenn wir Itali als Commander zulassen, dann machen wir sie rot-grün, damit wir schnell in sie reinrampen können. Das kann auf jeden Fall da mit reingespielt haben, es ist halt wirklich super wichtig, dass die Karte Gruul ist einfach, also wir hatten ja schon sehr stark, 6-Mana-Itali war ja auch immer eine sehr starke Commander-Karte, aber sobald man dann Mono-Rot spielen muss, ist immer einfach schwierig, deswegen Itali als Commander, also die alte Itali-Karte hat man wirklich sehr selten als Commander gesehen, ultra oft in der 99 allerdings, weil sie so gut ist und vielleicht hat da jemand gesagt, können wir noch ein grünes Mana-Symbol drauf machen, ich würde die gerne als Commander spielen, wie du eben gesagt hast bei Fallouten, wenn da jemand dabei ist und so, die brauche ich für mein Commander-Deck. Leute, können wir da noch ein grünes Mana-Symbol, das ist sehr wichtig für die Story auch, können wir das da nochmal drauf machen? Ja, genau. Könnte ich mir gut vorstellen, also warum nicht? Ich finde es geil. Fun Fact, jetzt wo ich drüber nachdenke, ich habe glaube ich noch nie gesehen, dass Itali geflippt ist. Also ich habe schon viele Itali, Itali-Casts gesehen, aber ich kann mich nicht erinnern, dass irgendjemand mal Itali geflippt hat, weil meistens, wenn du die Vorderseite irgendwie gecastet hast und irgendwie lauter Spells mitbringst, dann ist meistens der Leidensdruck schon relativ hoch gegenüber, sage ich mal so. Wie gesagt, ich kann mich echt nicht erinnern, also gerade im Standort wurde ja auch reingecheatet und sowas. Tatsächlich, ich kann mich nicht erinnern, ich muss gerade echt mal gucken, was macht die Rückstrategie nochmal? Also ja, die ist auch broken, aber ich habe sie noch nie in Action gesehen. Es macht die Karte auch irgendwie einfach schlechter, wenn man sie transformiert meistens. Also wenn man jetzt den Gegner, die hat ja auch Infekt auf der Rückseite, wenn man den Gegner jetzt sofort one-shottet mit zehn Poison, ist es auf jeden Fall ziemlich gut. Aber besonders im Commander, nachher das Schlimmste, was einem passieren kann, dass man eine unzerstörbare Itali hat, die nicht mehr stirbt, die man auch selber nicht mehr irgendwie zum Blocken benutzen kann, weil man, wie du gesagt hast, der Enter the Battlefield-Effekt, der Vorderseite, der ist so stark, die will man eigentlich, wenn das Spiel lang genug geht, immer wieder ausspielen. Ich will auf gar keinen Fall die transformierte Itali haben, weil ich will immer wieder, dass das Ding stirbt und dann will ich das wieder ausspielen für neun, für elf, für dreizehn. Wir sind ja im Ramp-Deck mit viel Mana, deswegen, ich glaube, deswegen transformiert man die auch einfach nicht und deswegen sieht man das auch einfach nie, weil es irgendwie nicht gut ist. Also im Vergleich zu der Vorderseite, klar, doch, die Rückseite ist stark, aber man will immer Itali die Vorderseite haben und dann immer wieder zwei, drei Zaubersprüche umsonst spielen. sowas von dermaßen stark. Gute Karte. Schon eine ganz gute Karte. Dann müssen wir nochmal überlegen, mal schauen, was uns nächstes Jahr noch für ein neuer Lord ins Haus steht. Kommt ja jedes Jahr irgendwie gefühlt einer dazu, also irgendwas fällt ihm ja immer ein. Irgendwas, Ratten und was nicht alles auftauchen kann, Ninja Lords und da fällt ihm sicher auch für nächstes Jahr wieder was Neues ein, gerade auch in den Supplemental Products, da wären ja auch gerne Fan-Favorite-Kreaturen-Typen mal wieder supported. Wir hatten auch Eldrazi, Commander Decken Precon dieses Jahr, da waren auch wieder einige neue Karten dabei. Also ja, da taucht wieder was Neues auf. Ich könnte mir vorstellen, ich habe gerade mal kurz, als du es gesagt hast, kurz recherchiert, ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass nächstes Jahr ein Wrestler-Lord kommt. Es gibt nämlich exakt einen Wrestler in Magic. Also es gibt irgendwie 3.007 Humans, 938 Wizards und so weiter. Also da haben wir schon überall Lords für, aber es gibt exakt nur einen Wrestler. Und es gibt auch nur einen Walrus. Also man könnte vielleicht auch noch einen Walrus werden. Der Wrestler ist allerdings eine Ankarte, das ist der Slaying Mantis, das ist ein Insect Wrestler. Das ist überraschend, ja. Aber der Walrus ist tatsächlich eine richtige Karte. Das ist das Bronze Walrus aus Commander Legends Battle for Borders Gate. Also einen Walrus gibt es nur einmal. Könnte ich mir vorstellen, vielleicht so einen Walrus-Lord oder so? Warum nicht? Ich wollte gerade sagen, gut, dass Kai kein Designer ist bei Wotzi. Der bringt dann Lords für Karten raus, wo es nur eine andere gibt. Ja, ist doch voll gut. Man muss ja irgendwo anfangen. Aber wenn es Wrestler gibt, das habe ich noch nie gehört. Ab welcher Zahl, hättet ihr denn gesagt, macht es Sinn? Ab so 70, 80? Dann gucke ich mal gerade nach. Kommt halt darauf an, wie gut die Karten sind. Weil manche Kreaturen-Typen haben halt einfach viele. Und dann sind das aber alle so fünf Mana, vier, vier Draftinger. Dann schwierig. Was denkt ihr, wie viele Eldrasis es gibt in der Zwischenzeit? Das sind, glaube ich, gar nicht so viele. 100? 42. 142. 100. Ich wollte gerade sagen, 42 ist aber ein bisschen wenig. Okay, also ich gucke mal jetzt so, was irgendwie interessant wird, was wir, glaube ich, noch nicht haben, bin ich mir nicht sicher. Fungo-Slot haben wir bestimmt. Haben wir vielleicht irgendwie... Wir haben, glaube ich, auch für die kleineren Sachen haben wir überall schon Lords, ehrlich gesagt. Also ich glaube, da gibt es fast nichts mehr. Ich glaube eigentlich schon. Kann nichts mehr kommen, ja. Lizard-Lord vielleicht. Lizard 70. Auch ein Klassiker. Das könnte man auch super bringen, ja. Also Lizard und Wrestler. Also John Cena ist dann wahrscheinlich bester Commander des Jahres im nächsten Jahr. John Cena ist Singleplayer. Ja, gucken wir mal. Können wir uns drauf festnageln, auf jeden Fall. Ja gut, aber jetzt sind wir ein bisschen abgeschwiffen. Minimal. Erklär uns doch mal, was ist denn der beste neue Commander des Jahres? Sehr gerne. Der Award bester neuer Commander des Jahres? Itali Primal Conqueror. Also ja, also so gut. Ich meine, jetzt haben wir eben länger drüber geredet. Itali immer gut, überall eigentlich. Das ist wirklich eine Karte, die quasi für das Commander-Format auch gedruckt wurde. Steht ja auch drauf, die ist ja für Multiplayer gewordet, aber wenn dann so eine Karte, die eigentlich als Commander-Karte gedacht ist, noch dann mal in anderen Formaten gespielt wird, dann ist das schon ein Zeichen dafür, dass es eine sehr gute Karte ist. Aber auch die anderen waren gut. Ich meine, der Sauron, der Nicol Bolas von Herr der Ringe quasi, Kriegsis, Kai hat es gesagt, das war eine gute Konkurrenz. Der Myr, Legendary Commander, das ist auch immer super, super gut. Aber wir haben es mal an, genau, wir haben es mal an Itali gegeben. Läuft. I approve. Gruhlkarten immer gut. Gruhlkarten immer gut. Ja gut, da bin ich natürlich komplett eurer Meinung. Und deshalb schwenken wir jetzt auch direkt zur nächsten Kategorie. Eine Kategorie, die mir besonders am Herzen liegt, denn die Kategorie heißt Beste Limited Umgebung des Jahres. Also wo haben wir am meisten Bock drauf gehabt, Limited zu spielen, was war ein gutes Hield, was waren gute Draft-Formate. Da muss man ganz ehrlich sagen, aus Limited Sicht ging es so ein bisschen Richtung sehr aggressive Sets dieses Jahr. Die Sets waren alle sehr, sehr, sehr schnell. Die Average Turn Length von so einem Magic Game ist gerade durch Phyrexia, Allwurby waren extrem nach unten gegangen. Eins der schnellsten Sets überhaupt. Deshalb war es gar nicht so leicht, drei coole Sets herauszufinden. Glücklicherweise hat Arena dann noch was gedroppt. Am Ende des Jahres kam da noch was dazu, was das ein bisschen leichter gemacht hat. Kommen wir mal dazu. Wir haben als ersten Kandidaten für die Beste Limited Umgebung des Jahres March of the Machine. March of the Machine allein deshalb ganz cool, weil das Draft-Format war hervorragend. Die Mechaniken haben hervorragend ineinander gegriffen. Das Seed-Format war so ein bisschen anstrengender, gerade aufgrund des Bonus-Sheets. Jeder hatte halt sechs Karten aus den Bonus-Sheets der Multiverse Legends mit dabei. Da gab es ja auch die ein oder andere völlig verrückte Karte. Zum Beispiel Elesh Norn Grand Cenobite war dann dabei. Da muss ich mal kurz, da habe ich noch eine ganz kleine Geschichte von einer Store Championship. Da habe ich gezockt gegen Sebastian. Grüße gehen raus. Und da haben wir, wir haben beide weiß gespielt und er hatte die March of the Machine Elesh Norn. Das sind die Präthorn, die man flippen kann in diese Sagas, die so besonders gut sind. Und die Elesh Norn kann in fünf Incubator Tokens flippen, die alle 2-2 sind. Und in Kapitel 2 werden die automatisch geflippt und in Kapitel 3 werden das irgendwie, werden die kriegen, die alle Double Strike und so weiter. Und das hat er dann auch gemacht, hat sein Board geopfert und hat dann die Elesh Norn als Saga gelegt und ganz viele Incubator Tokens. Und dann, als sie zu Incubatern wurden, also zu Kreaturen wurden, habe ich die andere Elesh Norn gelegt aus meinem Multiverse Legend. Nett. Ey, du hast eine Elesh Norn, das ist gut, ich habe auch eine. Meine ist ticken besser. Ja, das war im Spiel ein bisschen schwierig. Dennoch, March of the Machine, finde ich lobenswert zu erwähnen, hat einen neuen Kartentyp eingeführt. Battle. Wir kannten Battle vorher noch nicht. Und Battle ist halt etwas ganz Neues gewesen, wo man auch so ein bisschen mal umdenken musste. Gerade was Combat angeht, gehe ich jetzt auf das gegnerische Gesicht, flippe ich noch den Battle, hole mir die zusätzlichen Value aus dem geflippten Battle und so. Das war ganz spannend, gerade aus Limited sich zu sehen. Im Constructed haben sich jetzt nicht so super viele Battles durchgesetzt. Man hat mal die Invasion of Alara gesehen, man hat die Invasion of Zendika gesehen, hier und da mal, die Invasion of Tarki, hier, wo man so ein bisschen Damage mitmacht, aber sind jetzt nicht so großartig dominant gewesen, aber für's Limited ein sehr interessantes Gameplay. An zweiter Stelle haben wir dann noch mal Herr der Ringe. Herr der Ringe einfach ein sehr, sehr schön umgesetztes Set, auch mit vielen tollen Mechaniken, die auch sehr viele Entscheidungen hervorgerufen haben. Wenn ich euch dann nochmal erinnern darf, zum Beispiel an Tempted by the Ring. Ja, dieses vierstufige Ding, wo man irgendwann anfangen konnte zu looten. Also das war, das war sehr, sehr, sehr spannend. Das Color Balancing bei Herr der Ringe nicht so ganz optimal. Grün hat ein bisschen gelitten, könnte man sagen. Aber ansonsten auch ein sehr, bis auf das Grün, sehr, sehr schön gebalancedes Set. Man konnte einfach sehr viele Archetypen spielen. Es gab so Spellstacks, es gab sehr viele extrem starke Einzelkarten, aber da kommen wir auf eine späteren Kategorie nochmal. Und als dritte Möglichkeit zum Gewinnen haben wir tatsächlich noch Khans of Tarki. Ja gut, das stimmt. Khans of Tarki ist in Wirklichkeit 2014 rausgekommen, aber die meisten von euch haben das sicherlich noch nicht gespielt oder haben 2014 noch kein Magic gespielt oder hatten eine Magic-Pause und jetzt wird es ein bisschen, sag ich mal, einfacher zu erreichen, indem man es nämlich einfach auf Arena spielen kann. Khans of Tarki ist 1 zu 1, bis auf drei Artworks, die ausgetauscht wurden, glaube ich, 1 zu 1 von der Paper-Variante in Magic Arena überführt worden und man kann jetzt nochmal zurückreisen, man macht wirklich eine Zeitreise. Wenn man das mit dem Fire-Design der heutigen Zeit vergleicht, sieht man doch bei Khans of Tarki einige Karten, wo einfach kein Text draufsteht, die einfach Vanilla sind, aber trotzdem ist es ein sehr, sehr schönes Flair und sehr, sehr schöne Mechaniken auch. Morph ist zum Beispiel dabei. Morph ist eine extrem starke und eine extrem tolle Mechanik und ist einfach ein tolles Gameplay, von daher ist unser dritter Kandidat für die Limited-Umgebung des Jahres, obwohl aus dem Jahre 2014, aber hat nochmal ein Revival bekommen 2023, Khans of Tarki. Also wirklich auch ein guter Querschnitt, würde ich sagen. Aktuell ist, da haben wir auch teilweise gezweifelt, wie gut funktionieren diese neuen Limited-Mechaniken, gerade Tempted by the Ring und auch die Battles, da wurde ja vorher wild spekuliert, ja, das ist doch Quatsch und funktioniert doch gar nicht. Man muss Wizards dazu gut halten. Es hat jetzt nicht so schlimm funktioniert, wie zu befürchten war. Nicht so schlimm funktioniert es schon. Es gab ein bisschen mehr Housekeeping, man muss ein paar mehr Dinge beachten, das kommt natürlich dazu, aber das ist ja so ein normaler Magic-Trend. Also sagen wir so, bei beiden hatte ich die Befürchtung, es könnte noch schlimmer werden, aber es hat eigentlich dann doch ganz gut funktioniert, die Battles anzugreifen, das zu flippen und so, es hat eine neue Komponente reingebracht und es wird ja auch nicht zu Tode gemacht, also es ist jetzt, wir wissen immer noch nicht weitere Battle-Typen, wir haben ja nur die Belagerungen, das ist ja nur ein Subtyp von Battles und wir haben jetzt das ganze Jahr keine weiteren bekommen, also insofern, mal schauen, was da noch kommt, Herr der Ringe hat sich einfach auch wirklich Story-Technisch an, jeder hat halt irgendwie so ein bisschen einen Bezug zu Herr der Ringe, du bist halt auch gleich drin so ein bisschen von der Story, oh du hast einen Gollum, oh du hast hier das, dies, das, jenes, oh Marion Pippin, du hast halt gleich, du musst auch nicht überlegen, die Namen gehen dir leicht von der Zunge, weil du sie einfach auch schon in den Filmen gesehen hast, die Bücher gelesen hast, also super gut und ja, Boomer-Magic, Kai und ich sind am Karns of Tark hier und das wird auch nicht besser werden in den nächsten Tagen, wenn man da sieht, jede Karte, gibt viele Effekte, die es heute auch geben würde, so Stun-Effekte, die halt heute Stun-Counter machen würden, ein schöner Vergleich, aber alles kostet irgendwie gefühlt ein, zwei Mana mehr als heute oder macht ein, zwei Dinge weniger, als es heute macht, also schöne Zeitreise und tatsächlich auch sehr lehrreich, um mal zu sehen, wo Magic eigentlich herkommt. Genau das, aber lehrreich auch in dem Sinne, dass ich finde, dass die Komplexität jetzt nicht großartig darunter leidet, ja, also nur weil weniger Kartentext draufsteht, ist das ja jetzt nicht unfassbar weniger, viel weniger komplex geworden, also Karns of Tark hier ist immer noch ein relativ kompliziertes Set, du musst super viel timen, wann lege ich was als Morph, wann decke ich einen Morph auf, greife ich damit an, kann der dann irgendwie was machen oder lasse ich mir das Mana offen um Ende, also da gibt es halt sehr viele Decision Trees tatsächlich, obwohl weniger auf den Karten steht, also Magic braucht gar nicht immer diese, keine Ahnung, diese Litaneien, diese Bibeltexte auf den eigenen Karten, es reicht halt tatsächlich, auch wenn ein bisschen weniger draufsteht und es ist immer noch genügend komplex. Ja, also Magic war schon immer komplex, würde ich sagen, da brauchen wir absolut keine komplizierten oder unnötig komplizierten Effekte, das Spiel ist auch so schon immer komplex genug gewesen und ich glaube, ich möchte jetzt gar nicht so viel mehr dazu sagen, ihr habt nämlich schon wunderbar alle drei Editionen vorgestellt und ich glaube, egal was ich jetzt sage, das spoilert nur, wer das hier gewinnt, deswegen Kai, wer hat das Ding gewonnen? Okay, Trommelwirbel, gewonnen hat Limited Umgebung des Jahres 2023, ist 2014, also Cards of Tarki hat tatsächlich gewonnen, ist einfach, also die anderen Sets, wir hatten es gerade schon kurz besprochen, Mom hat so seine, hat so seine Stärken gehabt, aber eben seine Schwächen in der Seed Umgebung, Herr der Ringe hat seine Stärken gehabt, eben guter Flavor umgesetzt, sehr starke Karten, aber dann auch so ein bisschen das Color Balancing irgendwie nicht so gut hingekriegt und Cards of Tarki ist einfach so gut, also ich glaube, es ist auch in vielen, also wenn Leute irgendwie so Top 5 Limited Sets of All Times machen oder so weiter, dann ist Cards of Tarki bei den meisten Leuten drin und nicht ohne Grund, ja, also bei mir ist es, bei mir ist es All Time auf Platz 2, also hinter dem OG Innistrad, aber das ist dieses Jahr nicht rausgekommen, also seit Cards of Tarki, deshalb habe ich auch sehr, sehr stark dafür gevotet, dass Cards of Tarki das hier wird, also es ist einfach ein geiles Set und deshalb auch verdient die Limited Umgebung des Jahres 2023. Wenn ihr das hört, gönnt euch, also da ist der Draft Token oder die Gold oder die Gems gut investiert in Arena, gönnt euch ein bisschen Cards of Tarki, er sticht auch raus in diesem Jahr, aus diesem Jahr. Ja, genau und wenn ihr euch noch eine halbe Stunde mehr Zeit nehmt, dann schaut euch meinen Limited Primer an, dann läuft es auch tatsächlich mit den Wins. Also die könnt ihr euch auch nochmal, ich muss das mal eben shameless nochmal pluggen, sind nur 30 Minuten, könnt ihr euch geben, ist auf jeden Fall gut investierte Zeit, um Gems zu farmen. Ja komm, dann schließe ich mich noch an und wenn ihr dann Karne gedraftet habt, die ganzen Fetch-Länder habt und nicht wisst, was ihr damit machen sollt, mit den Fetch-Ländern kann man jetzt das neue Format Timeless spielen, da habe ich schon ein Video mit Weekmagic zu gemacht, absolute Eskalation, kriegst du das Tempo oder kriegst es Delva ohne Delva. Ich werde an dem Format dranbleiben, ja jetzt mit den Fetch-Ländern, ich habe Bock drauf, also aber ja, Leute, gönnt euch mal Timeless, wollte ich sagen, Karne, Karne, komm, weiter geht's im Award. Ja, das ist auch relativ einfach hier zur nächsten Kategorie zu springen, wir bleiben nämlich beim Limited und werden jetzt küren die Limited-Bombe des Jahres. Ich glaube, letztes Jahr hat Wormcoil Engine gewonnen, wenn ich mich richtig entsinne. Ich glaube, ja. Dieses Jahr sind unsere Vorschläge, erstes Mal Sunfall, der Sweeper mit Incubate, ja, ein Sweeper, der einen Beetle zurücklässt, ist komplett Banane, das gibt es ja jetzt in Cards of Tark übrigens auch, da heißt es Dune Blast und lässt eure stärkste Kreatur zurück und alles andere stirbt. Kostet allerdings zwei Mana mehr und ist drei Farben. Ja, okay. Also das ist schon... Dies, das, jenes. Also ja, solche Effekte erweisen sich als sehr gut spielbar und sehr schwer zu besiegen in Limited Games, die ja sehr kreaturlastig eigentlich immer ablaufen. Tatsächlich auch eine der Karten, die ich im Limited gespielt habe, eine von unseren drei Vorschlägen habe ich nicht im Limited gespielt. Zweiter Vorschlag, Gruff Triplets. Die trippelgrüne Karte, die auf drei Bodies kommt und dann aber irgendwie sich immer weiter verteilt und irgendwie brauchst du fünf Spells, um einen Gruff Triplet abzustellen und das gute fünf zu eins, das gewinnt man nicht im Limited. Das ist auch eine Karte, mit der ich Limited gespielt habe und ich habe Gruff Triplets im Limited in Turn 3 hingelegt. Also das komplett Banane. Also crazy. Okay. Ja. Also auf jeden Fall kannst du machen, Ja, Turn 1, die Topia Sport, Turn 2, dieser blau-grüne Typ, der für zwei Mana tappt und dann Gruff Triplets. Das geht schon. Genau. Und ich hatte noch der einen Token mitbringt. Ja, genau. Da gibt es auch den, der einen Treasure mitbringt, den zwei Drop. Also ich habe, ich glaube, es war Turn 3 und mein Gegner hat keinen Spaß gehabt, dass da drei Gruff Triplets umlagen. Und die dritte Karte, das ist die, mit der ich nicht im Limited gespielt habe. Das sind die Orkish Bowmasters. Da kann ja die Win Rates da rausgesucht beziehungsweise den Limited-Effekt und das ist tatsächlich von der Win Rate her die stärkste Karte, richtig? Ja, genau. Also die Karten, es geht halt so ein bisschen natürlich auch größte Limited-Bombe des Jahres, so Prozentzahlen sind immer so ein bisschen schwierig, weil natürlich geben die einem so ein bisschen so eine objektive Wahrheit, was das jetzt genau bedeutet. Also wie wahrscheinlich gewinne ich das Spiel, wenn ich diese Karte in der Hand hatte und so weiter. Aber es ist natürlich auch so ein bisschen in der Kategorie wichtig, wie ist die subjektive Wahrnehmung. Also zum Beispiel, wenn der Orkish Bowmaster, der hat halt die höchste Win Rate, die höchste Game-in-Hand-Win-Rate, aber der fühlt sich halt als zwei Mann nach 1-1er irgendwie noch okay an. Irgendwas kann man gegen den machen. Während Graff Triplets, ihr habt das gerade erwähnt, Graff Triplets fühlt sich ja direkt zu sagen, ja okay, du hast die gelegt und dann kann ich jetzt einfach rausgehen, weil dagegen kann ich nichts mehr machen, obwohl Graff Triplets vielleicht ein bisschen weniger krasse Prozentzahlen haben. Einfach Sandfall spielen, habe ich gehört, Kai. Genau, genau richtig. Du kannst Graff Triplets sehr gut besiegen, wenn du Sandfall spielst. Es gibt noch andere absolute Bomben. Ich meine Anduril, wer Herr der Ringe gespielt hat, das Schwert, was zwei Spirits mitbringt, ist komplett kaputt. Die Elish, von der ich gerade geredet habe, die plus zwei, plus zwei für dein Team und minus zwei, minus zwei für das gegnerische Team gibt, aus Lost Campions of Ixalan. Es gibt so ein paar Honorable Mentions, die einfach absolut krass sind und auch eine sehr, sehr hohe Winrate haben. Aber ich persönlich finde, dass wir die drei Kandidaten ausgewählt haben, die sich so ein bisschen am aussichtlosesten angefühlt haben. Also ich meine, wenn ein Board gerafft wird und der Gegner hat plötzlich noch einen 6-6er übrig, ist das einfach, dann fühlt sich das, also subjektiv so, ja, krass. Dann können wir einfach ins nächste Game gehen. Es ist halt einfach Quatsch, das weiter zu spielen. Bei Graff Triplets genauso. Bei Orkish Bowmas, das fühlt sich halt nicht so an. Aber wenn man mal dagegen gespielt hat und dann kriegt man eine kleine Kreatur weggepinkt oder man zieht mal eine extra Karte und der Gegner flasht in Response die Bowmasters rein, dann merkt man schon, dass da auch relativ viel Power in diesem 2-Mana-Doc drinsteckt. Nicht zuletzt wird der ja auch in jedem Format gespielt. Ja, Bowmasters sind halt unfassbar stark. Naja, wieder hier Thema Timeless zum Beispiel. Also es ist wirklich eine ultra krasse Karte. Ja, der wird sogar in Timeless gespielt. Verleg mal. Also nicht nur in Vintage, sondern auch in Timeless. Ja, also ja. Also wir reden allerdings natürlich hier von Limited-Umgebung. Das heißt, mit eingeschränkten Antwortensets auch noch. Das ist ja das Nächste. Die Antworten wachsen da ja auch nicht immer auf Bäumen. Wir haben uns mal für das entschieden, wo man sagt, das wird hingelegt und man sagt, oh echt jetzt. Genau. Ja und dann würde ich sagen, Trommelwirbel. Der Gewinne als Limited-Bombe des Jahres ist Graf Triplets. Herzlichen Glückwunsch an die Drillinge. Also quasi drei Pokale hier vergeben. Ich wollte gerade sagen, müssen wir dann drei Pokale rausschicken? Ah, die haben die gleiche Adresse. Ja, wahrscheinlich. Aber trotzdem, wir machen drei Pokale. Das ist ja kein Problem. Das ist im Budget drin dieses Jahr. Wir gönnen einfach mal. Wow, echt? Wirklich? Ja klar, kein Problem. Ja, das sind die neuen Pokale, die digitalen. Da haben wir mehr von. Das ist kein Problem. Die kann man auch besser reproduzieren wahrscheinlich. Gar kein Problem. Gar kein Problem. Ja, die Drillige. Der Dreifach-Pokal. Das war wirklich die Limited-Bombe des Jahres. Wirklich, ich meine jetzt, starke Auswahl overall auch in den anderen Editionen, aber die Triplets, die waren schon, ja, die sind schon knackig gewesen. Wo ich mir noch die Frage stelle, wer designt das eigentlich? Also da muss doch beim Playtesten oder beim Designen auch mal auf die Idee kommen, okay, ist das vielleicht ein bisschen arg pushed für Limited, weil das ist ja offensichtlich auch keine Constructed-Karte. Also jetzt zumindest mal, ja klar, man kann sie vielleicht in den Commander-Deck stopfen, wenn man irgendwelche Schnanigans mit Tokens macht oder sowas. Aber es ist jetzt generell eher schon wie so eine reine Limited-Karte, fühlt es sich an. Die anderen zwei müssen wir nicht reden, also Bowmasters und Sunfall sind gepusht auch für Constructed-Formate, aber Craft Triplets fühlt sich noch am ehesten wie ein reines Limited-Design an. Was ich hier noch vielleicht kurz anmerken möchte, was ich sehr spannend finde, das ist übrigens auch in Cards of Tarkir so, die größten Limited-Bomben des Jahres, alle Kandidaten, die wir ausgewählt haben, sind Rares, keine Mythics. Also die treten auch häufiger auf. Das ist halt so ein bisschen, in Cards of Tarkir sind die besten Karten theoretisch, bis auf Wingmade Rock, okay, Wingmade Rock ist eine Mythic, aber alle anderen starken Karten sind alles Rares. Das ist halt etwas, was vielleicht gar nicht so geil ist, also weil dann könnte man auch sagen, wenn die Karten so stark sind, sollte man sie vielleicht auf Mythic drucken. Auf der anderen Seite will ich gar nicht wissen, wie teuer Orcish Bowmasters in Paper wären, wenn der eine Mythic wäre. Also der ist ja jetzt schon extrem teuer. Ja. Also ich glaube, vielleicht ist es deshalb auch wieder ganz gut, dass er eine Rare ist, aber bei Craft Triplets war es einfach nicht gut, dass sie eine Rare sind, weil genau wie du gesagt hast, die haben halt keinen Auftritt im Constructed und zerstören halt einfach die viele Limited-Spiele, in denen sie auftreten. Kleine Idee, die mir da auch noch einfällt, auch ein kleiner Hinweis, gerade für Ravnica Remastered, das Set, was im Januar rauskommt, das Reprint-Set. Da hat Wizards übrigens sowas gelernt. Es gibt die wahrscheinlich stärkste Limited-Karte ever, Pack Red. Die ist in Ravnica Remastered drin, aber sie ist nicht in den Draft-Boostern drin. Sie hat also gesagt, okay, es gibt so ein paar Karten, die sind so nervig, die packen wir mal nicht in Draft-Booster, um sie euch zu ersparen. Oh. Deswegen gibt es die Pack Red zwar in der Edition, aber nur in Collector-Boostern. Ja, dann würde ich sagen, machen wir Collector-Booster-Draft, damit man noch gegen Pack Red spielen kann. Auf geht's. Das ist wirklich super interessant. Da machen die das ein. Für die nächste Episode, würde ich sagen, reden wir dann nochmal drüber. Wir sind in der Award-Show und der vorletzte Award wird jetzt verteilt, Leute. Die nervigste Karte des Jahres. Das ist vielleicht eine Kategorie, die man nicht unbedingt gewinnen möchte. So als Magic-Karte. Ich weiß nicht genau, wie das ist, aber ich glaube, möchte man nicht unbedingt haben. Ja, die nervigsten Karten, da haben wir einmal Up the Beanstalk. Ja, das war eine Karte, zwei Mana ziehen eine Karte auf den ersten Blick, aber ja, mit den richtigen Karten, wenn nochmal Karten ein bisschen billiger ins Spiel oder nicht billiger ins Spiel gebracht werden, wenn sie einfach reingecheatet werden, trotzdem Karten ziehen. Das war mal eine Ankam-Karte, also die hat sehr viel enabled. Sehr stark. Eben noch gehabt, das sind ja nur Rare-Karten, jetzt haben wir sogar eine Ankam-Karte mit dabei. Das ist wirklich ein Kandidat. Dann die zweite Karte, The One Ring. Ja, auch schon angesprochen, der eine-eine-Ring, der jetzt bei Post Malone liegt. Und ja, allgemein, der eine Ring, Universe is Beyond Herr der Ringe, das war auch eine Karte. Also, ich meine, passend zum Set, zu der Story von Herr der Ringe, sollte der eine Ring halt auch ein bisschen stärker sein. Aber, ja, als die Karte rausgekommen ist, wurde sie sehr viel gespielt. Ich meine, eine Karte für vier Mana ist ja quasi ein Extra-Zug, so gesehen. Also, ja, relativ gut. Und dann kann man noch ohne Ende Karten nachziehen. Und mit den Karten zieht man noch einen Ring, dann spielt man wieder einen Ring aus, ist wieder für eine Runde unverwundbar. Dann zieht man weiter Karten, also, ja, mit dem Ring lassen sich schon einige Sachen machen. Der ist auf jeden Fall vom Power-Level on Flavor, sag ich jetzt mal. Und die dritte Karte, Legion, Reconsecrator, aber auch hier wieder exemplarisch für alle Alchemy-Karten des Jahres, eines unserer Lieblingsformate. Ja, der, ach, der Vampir-Soldat, minimal viel Text. Wir haben ihn ja schon mal angesprochen, irgendwie, eine Exile, eine Karte in irgendeinem Friedhof, Conjur, dir eine Kopie von, ich glaube, ich habe irgendwie gesagt, machst dir ein 3-1er Bane-Slayer-Engel-Skelett dann selber irgendwie und dann kann man den auch irgendwie wiederbeleben und, ja, es ist ja, jedes Mal, wenn Alchemy kommt, freuen wir uns immer diese simplen Kartentexte. Man spielt eine Karte aus, Enter the Battlefield-Effekt, kommen erst mal zwei Minuten lang Animationen, die dann runterrasseln. Es ist, ja, Alchemy darf natürlich hier nicht fehlen. Leute, wie findet ihr denn die Auswahl? Beanstalk, Ring, Alchemy. Also erstens, ich habe gerade nochmal nachgezählt, Legion, Reconsecrator, hat neun Zeilen Kartentext. Neun, der Text ist so klein, zum Glück habe ich inzwischen eine Lesebrille. Also komplett banale. Ich habe keinen Bock, das alles zu lesen. Da geht das mit der Nervigkeit schon los. Und, äh, zweiter Einwurf, ich habe übrigens gegen Up the Beanstalk gewotet. Ich wollte das nicht auf der Liste haben. Ich liebe Up the Beanstalk. Das ist für mich nicht nervig, das ist, äh, I love, ich liebe mir ein paar Boat Beans. mhm, 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 mhm. Ja, dann würde ich aber denken, dass du eine andere Vorliebe hast als die meisten anderen Magic-Spieler, denn ich glaube, die Up the Beanstalk ist ja in letzter Zeit, ist ja auch gebannt worden im letzten Band-Announcement, zumindest in Modern ist es rausgenommen worden. Ja, ganz ehrlich, also ich glaube, die Kombination aus Free Spells, die fünf Mana kosten, Moment, ja, ihr habt richtig gehört, Free Spells, die fünf Mana kosten und deshalb Karten ziehen und man die ganze Zeit dabei bleibt, also das war schon schrecklich, diese, diese Five-Color-Money-Piles, Omnath, Elementals, die Up the Beanstalk gespielt haben, also ganz ehrlich, man hat halt, wie, wie komisch kann es denn bitte sein, wenn man sich dazu entscheidet, nicht mehr in die Rhinos zu kaskaden, sondern sagt, naja, es ist besser, wenn wir in Up the Beanstalk rein kaskaden. Wir spielen Kaskader und Up the Beanstalk, damit wir in Up the Beanstalk rein kaskaden und jedes Spiel ist gleich gelaufen, jeder hat seine Library gezogen, am Ende haben die Leute den vier Mana Jace of War of the Sparks gespielt, um das Spiel zu gewinnen, in dem sie selber keine Karten mehr in der Library haben, weil man jede Runde 950.000 Karten gezogen hat, ja, ich gewinne aber, weil ich keine Karten mehr in der Library habe, also, das waren schon modernen Spiele, die ich persönlich nicht so attraktiv fand, muss ich sagen, The One Ring, da muss ich sagen, hätte ich die wahrscheinlich nicht so unbedingt als nervigste Karte gesehen, aber ich kann das schon einsehen, also gerade, mir ist es so häufig passiert, wie lange ich gebraucht habe, bis ich die Protection begriffen habe, also, ja, The One Ring, okay, dann greife ich halt mal an und dann hörst du dieses dumpfe Geräusch auf Arena, so, äh, was, ach so, ja, ich mache ja keinen Schaden, ich darf weiterhin angreifen, es hat ein bisschen gedauert, bis ich das begriffen habe, Legion, Reconsecrator, also, ich finde, das wird, das dürfen wir uns nicht nehmen lassen, wir brauchen ja auch so eine gewisse, ich sag mal, Wiedererkennbarkeit in den Power 9 Awards und sollte die Kategorie nervigste Karte des Jahres da bleiben, wir haben ja, ihr habt ja mitgekriegt, wir haben die ein bisschen geändert zum letzten Jahr, dann sollte immer mindestens ein Kandidat von Alchemy dabei sein, solange Alchemy lebt oder exemplarisch jede Alchemy Karte mit drauf sein, weil die haben es halt, also, so unelegant, wie die designt sind, also wirklich, das ist so, Magic ist halt ein Spiel, das von seiner Eleganz und von seiner Klarheit eigentlich lebt meistens bei den meisten Regeltexten und jede Alchemy Karte torpediert das gefühlt jedes Mal und du denkst dir einfach, das ist so, als hätte man einfach so ein Baukastensystem und irgendwie so ein, keine Ahnung, so ein Toddler, der mit so ein paar verschiedenen, ich stelle mir gerade irgendwie so ein Baby vor, das mit so verschiedenen Förmchen einfach immer greift und dann irgendwas in so einen Eimer zusammenschmeißt und dann hast du eine Alchemy Karte, also das ist wirklich, äh. Ja, als ob wir uns da irgendwie gegen wehren könnten, keiner, also Alchemy muss, muss da mit drauf sitzen, solange die das Design nicht ändern, ist wirklich ein bisschen wild. Ja Leute, lösen wir das Ganze mal auf, die nervigste Karte des Jahres, Trommelwirbel, The One Ring. Ja, Alchemy noch mal Glück gehabt, da hat ja letztes Jahr gewonnen. Dieses Mal haben wir es wirklich an die ganz besondere, die Ein-Ring-Karte gegeben, denn als die rauskam, also, da war es schon ziemlich chaotisch, würde ich mal sagen, mittlerweile ist der Ring jetzt gar nicht mal mehr so oft gespielt, doch schon, im modernen Format sieht man ihn teilweise noch in vielen Decks, wirklich auch als Playset und das ist auch nicht wirklich preiswert, sag ich mal, der Ring, der kostet schon, also den einen Ring spielt man natürlich auch viermal, ist ja klar, also, nein, jetzt abgesehen vom Herr der Ringe-Flavor, ist schon wirklich eine sehr nervige Karte gewesen, auch dagegen zu spielen, dieses, du hast eben schon gesagt, man greift an, pöp, ich habe ja keinen Schaden gemacht, ach, war noch Protection von allem, ja, Gegner zieht fünf Karten, spielt noch einen Ring, ja, nochmal Protection, ja, was machst du denn, also, das war wirklich nervige Karte, ich würde sagen, auch verdienter Gewinner für dieses Jahr. Und jetzt mit Timeless haben wir sogar die Chance, dass der One Ring vielleicht sogar restricted werden könnte auf eins und dann hätten wir ein Format, in dem tatsächlich nur ein Ring spielbar wäre, aber ja, wer hat mich angegriffen? Ja, ich muss sagen, also, ich kann mich in der Hinsicht damit anfreunden, dass The One Ring die nervigste Karte ist, weil ich den einen Ring nicht aufgemacht habe. Ja, finde ich auch nervig. Also, dadurch, dass ich diese 2-Millionen-Dollar-Karte nicht aufgemacht habe, das nervt mich richtig, muss ich ganz klar sagen, aber theoretisch könnten wir auch wirklich einen Running Gag machen, also, wenn ich es jetzt, wenn ich es jetzt wirklich so für mich, ich hätte tatsächlich, glaube ich, einfach Legionary Consecrated gewinnen lassen oder jede Alchemy-Karte, vielleicht machen wir irgendwie einen Running Gag und lassen dann nächstes Jahr wieder Alchemy gewinnen oder so, mal gucken, keine Ahnung, Die Kategorie bleibt auf jeden Fall bestehen und ich glaube, wir werden immer genug Kandidaten haben, die die nervigste Karte des Jahres gewinnen können. Definitiv. Und damit kommen wir jetzt zur, ich würde mal sagen, Hauptkategorie, bester Hauptdarsteller des Jahres, also wie bei den Oscars, das Gute zum Schluss, die Power 9 Awards kommen mit dem 9. Award zum Abschluss und zwar mit der Karte des Jahres. Was ist die Karte, die dieses Jahr geprintet wurde, die sozusagen der Hauptdarsteller Magic 2023 war und wir haben absolute Premium-Kandidaten für euch rausgesucht und es gibt so viele, dass wir sogar einige Honorable Mentions für euch haben. Ich möchte euch hier an dieser Stelle mal unsere drei Kandidaten vorstellen. Da haben wir, ja, schon wieder so einen üblichen Verdächtigen, den hatten wir schon das eine oder andere Mal hier in verschiedenen Kategorien dabei. Orkisch Bowmasters sind dabei. Die kleinen, unscheinbaren 2-Mana-1-1-Flasher, die mal ein Maß 1 machen und dann vielleicht mal noch ein Damage schießen und vielleicht noch mal mehr im Maßen und so weiter. Hervorragende Karte aus Herr der Ringe einfach wirklich verdient hier mit dabei. Als zweite Kandidatin Atraxa Grand Unifier. Einfach, also alleine schon diese Karte, die wurde ja, wenn ich mich richtig, ihr könnt mich gerne korrigieren, aber ich meine, die wurde ja gespoilt und dann wussten wir alle noch gar nicht, was Battles sind. Und das war alles so ein, da gab es noch so ein Mysterium. Boah, Atraxa, oh Kartentypen, oh krass, da steht Battle drauf, was bedeutet das? Magic wird sich verändern. Aber nicht nur, dass sie irgendwie so diese mystische Aura um sich herum hatte mit diesem Kartentyp, sondern sie ist auch einfach extrem powerful. Also wenn man jetzt an Vintage Cube Drafts denkt oder so weiter, die Karte, die ich sneak and showen möchte, sneak attacken möchte, Atraxa, die Karte, die ich reinflaschen möchte, Atraxa, ein ETB-Effekt, der dir bis zu sieben Karten zieht und dazu ist sie sieben Mana, sieben Sieben, Flying, Vigilance, Deathstatch, was auch immer noch, Lifelink ist mit dabei. Also einfach eine extrem starke Karte, wird super gerne reanimated, ist so das Premium-Target geworden. Wozu Griselbrand, wenn man jetzt Atraxa hat? Einfach ein schönes Gesamtpaket. Und auf der 3, vielleicht ein bisschen unscheinbar, aber auch so ein bisschen so ein Foreshadowing für die Zukunft, ist bei uns Tishanas Tidebinder geworden. Tishanas Tidebinder aus dem aktuellen Set, drei Mana mehrfolgt mit Flash, der Activated Abilities countern kann, Activated und Triggered Abilities countern kann und das Permanent verliert dann alle Abilities, solange Tishanas Tidebinder auf dem Battlefield liegt. Zum Beispiel sehr, sehr gut gegen den Ring, sehr, sehr gut gegen alle möglichen anderen Arten von Planes. Also es ist wirklich eine sehr, sehr, sehr starke Karte, die als Rare auch schon einen Einzelkartenpreis von jetzt über 15 Euro hat. Aus einem gerade frischen Set wird immer mehr gespielt. Ist eine der meistgespielten Kreaturen im Modernen. Macht halt einfach unfassbar viel. Hat sich durchgesetzt gegen so Kandidaten, wie zum Beispiel als Honorable Mention. Jetzt nochmal kurz erwähnen, was dieses Jahr passiert ist. Wobei wir sie schon alle hatten, quasi Itali, Prime & Conqueror. Extrem starke Karte, auch wird super gerne reanimated, ist ein super Commander. Agathas Soul Cauldron, alle Leute tinkern so ein bisschen mit diesem 2-Mana-Kochtopf rum im Modernen. Wie kann man das irgendwie brauchen? Hardened Scales. Es gab so ein Kombo-Deck im Standard mit der Sleep Cursed Fairy zum Antappen und so weiter. Ich glaube, da ist das letzte Wort auch noch nicht gesprochen. Auch in Yarkboth und so weiter wird Agathas Soul Cauldron gespielt. Auch eine extrem starke Karte, auch extrem teuer. Ich glaube, die teuerste Karte aus Wides of Eldraine in der Zwischenzeit. Das war eine ganze Zeit lang Besiege the Mirror. Aber ich meine, dass Agathas Soul Cauldron drübergekommen. Und The One Ring. The One Ring ist halt auch einfach eine extrem krasse Karte. Aber wir finden, dass die drei Kandidaten da auf jeden Fall ihren Platz in der Sonne verdient haben. Oder? Aber sowas von. Also, das ist wirklich eine super krasse Kartenauswahl. Jetzt hast du ja noch unsere Honorable Mentions erwähnt. Die Auswahl ist halt wirklich krass. Tidebinder definitiv für mich schon mal Newcomer des Jahres. Jetzt auf jeden Fall halt noch recht frisch. Stimmt, das wäre vielleicht ne? Ist eine Kategorie eventuell. Das wäre auch eine geile Kategorie. Newcomer des Jahres. Ja, stimmt. Können wir mal drüber nachdenken. Also, definitiv super stark. Tidebinder super, super stark. Für so eine neue Karte auch schon so ein Einzelkartenpreis. Das ist nicht schlecht. In einem Standard-Set halt auch noch. Das kommt ja noch dazu. Ist ja kein besonderes Set oder eine sehr seltene Karte. Das ist eine Karte, die gibt es gefühlt wie Sand am Meer. So, ne? Vorsichtig ausgedrückt. Und dafür ist die echt teuer. Also, Respekt auf jeden Fall. Ja, Bowmasters muss man jetzt, glaube ich, auch nicht mehr lange drüber reden. Haben wir ja eben schon gehabt. Das ist eine relativ gute Karte. Besonders je mehr Karten gezogen werden. Im Limited hatten wir eben das Thema noch mit Ja, dann macht der ja gar nicht so viel. Ja, aber in den anderen Formaten mal ein Brainstorm irgendwie gespielt an dem falschen Moment. Dann, ja, dann schießen die Bowmasters dir aber mal ganz geschmeidig irgendwie ins Gesicht. Also, ja, auch relativ stark. Und Atraxa, die hat auf Formate geschifftet, ne? Ich hab eben nochmal geguckt. Vintage, ja, Oath of Druids. Die Karte wird nicht nur wiederbelebt, die wird direkt aus dem Deck rausrevealed quasi als einzige Karte oder einzige Kreatur im Deck. Und, ja, Karten, die es bis ins Vintage-Format halt schaffen, müssen halt hier auch auf jeden Fall mit dabei sein. Und die Atraxa, ja, ja, klar. Ne, Commander, sei es Brawl, Arena, die ist eigentlich immer ziemlich gut. Super starke Kreatur, die ordentlich Kartenvorte generiert und die man halt auf verschiedenste Art und Weise ins Spiel bringen kann. Boah, Top-Auswahl, ey. Boah, wirklich. Sehr starke Auswahl. Stark. Ja, also, gerade wer ein bisschen Constructed Magic spielt, wird über kurz so lange an diesen drei Karten nicht vorbeikommen. Also, sie tauchen immer irgendwie auf. Klar, natürlich, wenn sie in den Formaten legal sind, aber das ist, schaut mal Coverage, die Karten werden immer wieder besprochen und das sind ja auch Karten, wo man teilweise dann überlegt, ob da gebannt werden muss. Orcish Bowmaster, da gab es den Talk, müssen wir den im Legacy eigentlich wegbannen? Ich persönlich finde es sogar gar nicht so schlecht, dass man da im Legacy jetzt einfach ein bisschen was auf dem Schirm haben muss, aber es gibt natürlich auch irgendwo diese Grenze, wo man dann sagt, okay, wenn dann einfach, keine Ahnung, die Mehrvolkdecks Orcish Bowmasters plaschen, dann hat man es übertrieben nach dem Motto. Dann hat man es wirklich übertrieben. Ein Vorteil von den Bowmasters, das wollte ich nochmal sagen, sie sehen aus wie eine Magic-Karte. Also, wisst ihr, was ich meine? Das ist ja eine Herr-der-Ringe-Karte, aber das könnte auch einfach eine Magic-Karte sein. Die fällt gar nicht auf. Das finde ich sehr gut daran. Also, der eine Ring, das stört mich schon so ein bisschen, wenn ich den in diesen klassischen Magic-Formaten sehe, weil der ist halt so krass gebrandet auf Herr der Ringe, dass ich mir direkt denke, ja klar, das ist der Ring hier, Sauron, ja, ne? Deswegen, nochmal kleiner, kleiner Bonuspunkt für die Bowmasters. Sie sehen ganz undercover aus wie eine Magic-Karte, das gefällt mir. Ja, dann wollen wir euch nicht länger auf die Feuter spannen. Kleiner Trommelwirbel für die letzte Kategorie der Power-9-Awards. Gewonnen haben, jetzt zwar ein ganz, ganz knappes Race, aber den einen Bonuspunkt, den Shibby am Ende noch für die Orcish Bowmasters verteilt hat, haben dann tatsächlich, das war das Zögleit an der Waage, die Orcish Bowmasters, haben die Kategorie gewonnen. Herzlichen Glückwunsch, der dickste Power-9-Pokal gehen an die Orcish Bowmasters, einfach eine Karte, die universell extrem stark ist in jedem Format, in dem sie legal sind, einfach hoch und runter gespielt werden, die einfach tatsächlich auch die Play-Patterns verändert haben. Das hast du gerade schon noch gesagt, Dustin, man kann jetzt nicht einfach irgendwie sagen, naja, ich sag, der Gegner ist on the play und ich mach dann End of Seinem Turn Brainstorm, ja, dann spiel ich halt die Bowmasters rein und dann ist das Game sofort schon vorbei. Haben das Play-Pattern von Legacy geändert, sind überall extrem stark, man glaubt gar nicht, wie viele Karten gezogen werden. Gerade Karten, die das Kartenziehen punishen, sowas wie zum Beispiel, was haben wir denn da, Leo Volt oder so, oder halt irgendwie Naset oder solche Karten werden halt einfach immer, immer besser, weil jede Karte Karten zieht und Orcish Bowmaster sind halt einfach die günstigsten Punisher dafür und dabei auch noch extrem stark. Deshalb, Karte des Jahres, also es tut mir ein bisschen in der Seele weh, dass sie aus dem Uni vs. Beyond kommt, aber dadurch, dass sie halt aussieht wie eine Magic-Karte, ist es dann wiederum okay. Also Orcish Bowmasters, herzlichen Glückwunsch, klarer Gewinner, absolut extrem krasse Karte. Herzlichen Glückwunsch an die gastige Orkse, die den Pokal einfach abgestaubt haben. Tatsächlich könnte ich mir vorstellen, wenn diese Folge ein, zwei Monate später kommen wäre, dass Tishanas Tidebeiner sich das vielleicht noch irgendwie halt wegsnackt, machen können, aber so ein Werfohr über das Jahr, einfach Bowmasters, die Karte, über die man sehr oft gesprochen hat und völlig verdient, hier Karte des Jahres, denke ich. Definitiv, absolut verdient, schöner Abschluss, schöne Awards, würde ich sagen. Leute, wie erwartet, das hat mir richtig Spaß gemacht, die Episode. Ich hoffe euch auch, hier meine beiden anderen Moderatoren, natürlich auch an alle, die gerade zuhören oder auch zuschauen in der YouTube-Variante mit den Einblendungen. Leute, wir hoffen, euch hat das Ganze gefallen, das war Hammer. Nochmal, danke Kai und Christian, richtig geil. Das war die letzte Episode des Jahres, ne? Genau, genau. Geiler Jahresabschluss aber auch. Boah. Wirklich richtig geiler Jahresabschluss. Vielen, vielen Dank an euch beide, vielen, vielen Dank an alle Zuhörer. Es war ein extrem krasses Jahr 2023. Christian versiert uns ja auch immer mit so ein paar Stats und es ist halt einfach extrem cool zu sehen, wie dieser Podcast auch weiterhin wächst, wie viel Bock ihr auf den Podcast habt, wie ihr interagiert, uns auch mal Vorschläge macht, was wir irgendwie machen können. Deshalb hoffen wir, dass wir da im neuen Jahr auch wieder dran anknüpfen können, dass wir irgendwie Themen abdecken können, die euch gefallen, dass euch das mit dem Podcast weiterhin so gut gefällt, wie es uns gefällt. Und dann können wir, glaube ich, einfach nur sagen, ja, wir wünschen euch frohe Weihnachten. Lasst es euch gut gehen. Haut euch die Bäuche voll. Genießt die, genießt die hoffentlich stille Zeit. Kommt gut ins neue Jahr. 2024 ist ja auch nicht weit. Wir sehen uns ja, oder wir hören uns dann. Nee, wir sehen uns tatsächlich. Ja. Kleiner Täter vielleicht. Wir sehen uns. Die erste Folge in 2024 wird wieder eine Videofolge sein. Dann sehen wir uns im neuen Jahr auf jeden Fall wieder. Und ja, das war es eigentlich von frisch gemischt. Christian, was möchtest du? Hast du noch irgendwie? Kann ich mich nur anschließen. Vielen Dank an alle da draußen, die uns hier regelmäßig hören und uns das auch kundtun, wenn wir irgendwo langlaufen oder mal irgendwo beim Spielen sind. Ach, du bist doch der. Ich höre einen Podcast, dies, das, jenes. Also vielen Dank. Frohe Weihnachten euch alle. Schöne Feiertage. Kommt gut ins neue Jahr. Und auch 2024 wird frisch gemischt wieder für euch da. Oh ja, Leute. Wir sehen uns am 6. Januar zurück. Ich wünsche auch frohe Weihnachten, ein paar entspannte Tage, einen guten Jahresübergang. Kommt gut ins neue Jahr. Leute, wir sehen oder hören uns. Haut rein. Tschüss. Ciao. 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 Ciao.